Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Alles Gute und Beste. Was sagt man zu frohes neues Jahr? Abgesehen davon, dass es nicht frohes neues ist. Das ist die größte Fake-Folge, die wir wahrscheinlich je aufnehmen werden. Heute ist der 5. Dezember. Morgen ist Nikolaus. Morgen ist Nikolaus. Ich wollte meiner Freundin was in die Schuhe schmeißen. Und, was schmeißt du deiner Freundin in die Schuhe? Fuck, ich wollte so ein... Kennst du diese kleinen Kästchen, die irgendwie... Wieso Schneekugeln? Aber es gibt so richtige Kasten, wo ein Weihnachtsmann in so einem kleinen Haus lebt. Aber Schneekugeln sind extrem cool. Ich glaube, ich brauche mal wieder eine. Oh, Schneekugeln. Wenn ihr das hört, dann seid ihr wahrscheinlich gar nicht mehr im Weihnachtsfieber. Ja, wir schon. Frohes neues Jahr. Was wird heute... Die Folge kommt, glaube ich, raus am, lass mich nicht lügen, glaube, 3. Januar. Wie wird es uns am 3. Januar gehen, Eduard? Am 3. Januar kommt die raus. 3. Januar. Es ist kurz nach Silvester. Also sehr hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll? Ich glaube, mein Krater wird abgeklungen haben. Du wirst ja gar keinen haben, anscheinend. Wahrscheinlich nicht. Eduard trinkt keinen Alkohol mehr. Ja, beziehungsweise einfach keine Lust. Ich werde schon noch trinken, aber... Prost. Prost, Junge. Das ist ein alkoholfreies. Achso, stimmt. Leider. Nicht doch, nicht leider. Entschuldigung, jetzt nehme ich alles zurück. Ja, machen wir dieses Silvester wieder wie letztes Silvester? Ähm, stimmt. Aber wir müssen ja eigentlich nochmal reden, weil du hattest die Idee, dass wir bei uns dieses Mal Raclette machen. Weil bei Jonas Ems geht halt nicht, weil der, obwohl... Ist ja doch da. Naja, der muss jetzt zum Beispiel am 20. fliegt der, also... Leute, wir müssen nicht so abholen. Also Jonas hat sich ja die Hand gebrochen, mehrfach. Ist jetzt auf Bali und fliegt aber am 20. Dezember zurück für eine Operation. Ach, du Scheiße. Oder nochmal einen Check-up oder so, irgendwie sowas. Hat er ja schon eine OP. Ja. Aber ich habe ihm gar nicht gute Besserung und so gewünscht. Arschloch. Ja, schon, krass. Ja, nee, der hat die OP gut verstanden, äh, verstanden, überstanden. Okay, krass. Ja, genau. Ja, nee, der soll sich dann auch auskurieren und so. Und dann... Der soll sich dann nicht die Mühe machen müssen, irgendwie Gastgeber zu sein. Ja. Dann machen wir das bei uns. Dann machen wir das einfach bei uns, wir müssen nochmal gucken, weil wir haben echt so den, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wir haben eine 6er-Jungs-WG und wir haben einen Tisch, an den genau drei Leute ranpassen. Und der ist auch echt richtig kacke, irgendwie der Tisch. Wir machen das ja wieder bei dir oder bei Dylan. Im Zimmer einfach, ne? Ja. Ja, dann schieben wir einfach meine Couch irgendwie rüber zu Dylan oder so. Mhm. Dann müsst ihr mir nur versprechen, dass ihr mir auch helft, die wieder rüber schieben am nächsten Tag. Ich mache das immer, abgesehen von deinem Umzug. Das war so geil, Alter. Als ich eingezogen bin bei Eduard und Dylan und so, habe ich... Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viel es dann doch ist, weil ich habe ja... Ich bin aus einer Wohnung in ein Zimmer gezogen. Also ich hatte eine Wohnung und bin dann in ein Zimmer gezogen und man hat einfach so viel Scheiß, ey. Und ich hatte, glaube ich, drei Umzugshelfer gebucht quasi. Da hatte ich noch Leon Klein, der sich extrem gedrückt hat die ganze Zeit. Aber er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Nur Taten zählen. Ja, nur Taten zählen. Aber er hat auch oft einfach irgendwo sich gedrückt. Aber ist auch okay. So, und dann hatte ich... Dylan hat noch mitgeholfen, obwohl der gar nicht sollte und musste. Und du kamst dann in dem Moment, als wir wirklich die letzte Kiste oben reingestellt haben. Ja, genau. Ich habe es dann gesehen, bin aufgewacht, hat mir so... Oh mein Gott, Theo, ich helfe dir. Ich bin jetzt ready. Und dann so... Das ist buchstäblich die letzte Kiste, die ich gerade in der Hand habe. Krass, ne? Ja. Man könnte meinen, es war extra. Nein, war es wirklich nicht. Versprochen? Das weißt du auch. Ja, natürlich. Du hast dann einfach gepennt, es war 16 Uhr oder 15 Uhr. Nein. War es gar nicht. Es war eher so mittags rum, ne? So 13 Uhr oder sowas. Ja, ich glaube auch. Ja. So spät schlafe ich nicht. Wie läuft dein Schlafortmusterzeit? Sehr scheiße. Ach man. Ich muss... Ich frage mich auch, ob ich vielleicht den auch aufgeben muss. Also aufhören, dagegen zu wehren. Loslassen einfach. Genau, einfach loslassen und vielleicht pendelt es sich von alleine dann wieder ein. Die Frage. Wenn... Ich habe... Ich habe alle... Ich habe ein komisches Phänomen. Vielleicht kann das irgendjemand da relaten. Ich habe ein Phänomen, wo ich alle... sechs Monate Schlafprobleme bekommen, dann ist sie wieder weg. Und meine Schlafprobleme sind aber, ich wache auf. Deine sind das nicht, ne? Wenn du schläfst, schläfst du. Doch, auf und zu schauen. Ich wache auf und bin dann wach irgendwie so um drei. Ich glaube, das hat viel mit Hormonen zu tun. Magnesium, Glycinate hilft da sehr viel. Ich nehme Magnesium. Glycinate? Glycinate? Wie auch immer das auf Deutsch ausgesprochen wird. Warum? Weil da dann einfach die Studienlage besser ist als bei den anderen Sachen. Oder die effektiver sind oder was auch immer. Kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich habe nur Andrew Huberman gesehen, wie er darüber geredet hat. Den würde ich auch glauben. Manchmal hasse ich, wie anstrengend Mensch sein ist. Man muss die ganze Zeit irgendwelche Vitamine zu sich nehmen, drei Liter Wasser trinken, acht Stunden schlafen. Aber das ist auch nur, weil wir unsere typischen Quellen für Nahrung und Wasser einfach so kaputt gemacht haben. Früher hast du einfach Wasser getrunken aus einem Fluss. Natürlich hattest du früher viel mehr Gefahr für Parasiten, Bakterien und Virien. Aber gegen die warst du ja wahrscheinlich auch abgehärtet. Hä? Aber gegen die warst du ja wahrscheinlich auch abgehärtet. Zu einem gewissen Grad, aber es gibt immer noch Stämme, die wirklich wegen dem kleinsten Scheiß sterben oder totkrank werden. Die, über die wir uns keine Gedanken machen mehr müssen. Deswegen, es hat alles Vor- und Nachteile. Aber damals auch die kleinsten Früchte und was auch immer hatten so viel mehr Mineralien und Vitamine als auch frisches Obst oder tiefgekühltes Obst und Gemüse, das wir heutzutage haben. Ich finde, du magst ja Tomaten auch gerne, ne? Ich liebe Tomaten. Und wenn man dann mal in Italien, das hat sich so komisch, Travel-mäßig an will ich gar nicht. Wenn man mal so eine, oder auch bei Oma aus dem Garten. Tut mir so, du wolltest mal Travel-Influencer werden. Ich war sogar mal Travel-Influencer. Ich und Jay Alvarez. Stimmt, dein Bro. Ja, mein Bro Jay Alvarez. Alter. Ich hab drei mit ihm gestartet. Hast du? Du mit ihm? Nein, hab ich nicht. Wir drei? Wir drei, du. Hab ich wohl vergessen. Hättest du Bock? Mit euch beiden safe? Jedenfalls. Das ist der Moment. Einmal pro Folge mindestens. Und wenn wir es nicht vergessen, dann schlafe ich auch schlecht. Genau, mit Jay Alvarez. Der hat Maximum-Risk, der Typ. Der ist sozusagen, wir waren im Club. Der ist gerade, denkt man nicht? Boah, der denn Riz? Ich hab den mal reden gehört in Videos. Ja, der redet ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich einfach, weil er famous oder so wird. Der ist einfach bekannt und sieht gut aus. Ja, das ist auch noch. Ja, okay. Das ist eine Form von Riz, das stimmt. Das ist eine ganz komische Art und Weise Form von Riz. Aber wir waren auf jeden Fall im Club in Berlin und dann hat er da irgendwie so eine, dann hat er, nee, der hat dann zwei Russinnen abgeschleppt und hatte dann dreier mit denen bei sich im Hotel und ist dann aber aus dem Hotel wieder zur Party gekommen, um nochmal sich jemanden zu klären. Das hört sich pathologisch an. Jo, der hat auf jeden Fall eine fiese Sexsucht. Wenn man mal bei Oma aus dem Garten eine Tomate isst, so eine richtige, dann schmeckst du so doll den Unterschied zu einer Rewe-Tomate oder Aldi oder so. Als ich mit acht wieder im Urlaub war bei meiner Familie von meinem Vater in Kasachstan, mit acht checkst du das gar nicht. Du nimmst einfach so alles hin, wie es ist. Aber dann habe ich diese Tomaten und die Butter da probiert. Es war wirklich, ich erinnere mich immer noch an den Geschmack. Es war ganz anders. Und ich war süchtig nach diesen Tomaten. Mein Name meinte, ich habe Monate danach noch nach diesen Tomaten gefragt. For real? Und nach der Butter. Und ich finde, bei Tomaten merkst du es so richtig doll, weil Tomaten schmecken halt ziemlich wässrig einfach in Deutschland. Und das checkt man nicht. Schmecken mir trotzdem lecker Tomaten, aber es ist einfach ein giga Unterschied zu echten Tomaten. Es gibt schon mehrere solche Fälle, aber ich habe von einem Fall gelesen, wo ein Hobbygärtner, ein alter Rentner, halt auch unter anderem Tomaten angebaut hat. Und die Gefahr, wenn du Sachen selber anbaust, ist, dass, wie bei Menschen auch, bei allen Lebewesen halt spontane Mutationen entstehen können. Oder irgendwelche Kreuzmutationen, die du halt nicht, weil du so ein krasser Pro bist und alles aufs kleinste Detail untersucht wird, wie wenn du es von einem riesigen Hersteller kaufst, passieren kann. Und dann ist er wirklich gestorben, weil er eine Tomate gegessen hat, die dann Giftstoffe produziert hat, die der Mensch nicht verdauern kann einfach. Und ihn dann töten, also todkrank werden kann. Wie scheiße. Ja. Dump ways to die auf jeden Fall. Ja, beziehungsweise, nee, überleg mal, ich hätte das, wenn ich das vorher noch nie gehört hätte. Hä? Wenn ich dann schon 60 geworden hätte, ich save auch einen Garten mit Tomaten. Bro, wie soll denn unsere Apokalypsen-Idee funktionieren, wo wir uns eine Farm bauen irgendwo? Sagen wir jetzt nicht, wo? Das ist risky. Dann können wir keine Tomaten anbauen. Doch. Kannst du schon, klar. Nur du riskierst halt immer, du musst super vorsichtig sein. Meine Oma hat schon immer Tomaten. Es gibt halt irgendwelche Kreuzmutationen oder andere Mutationen oder Sachen vielleicht, auf die man nicht geachtet hat, die aber dann irgendwie deine Gesundheit kosten können. Kurze Reference. Du hast auch viel Simpsons geguckt, ne? Relativ. Nee? Es geht. Es geht auch immer im Fernsehen halt. Ach so, nee, ich habe schon richtig, also war es ja auch im Fernsehen, aber ich glaube, ich kenne fast jede Folge bis zur, keine Ahnung, die produzieren glaube ich immer noch. Bis zur 13. Staffel oder so kenne ich glaube ich alles. Da gibt es eine Folge da, hoffentlich kommt Jeff Bezos nicht wirklich mal auf die Idee. Ähm, äh, da kreuzt so ein Superwissenschaftler oder halt so ein Multimillionär, kreuzt Tomaten mit einer Tabakpflanze. Also ich dachte, du wolltest sagen, vielleicht zwei verschiedene Arten von Viren. Äh, und tut dann so, als wäre sie aus Versehen aus dem Labor rausgesprungen und dann... In dieser Welt befinden wir uns tatsächlich. Entsteht eine globale Pandemie. Wilde Verschwörungstheorien mit Edu und Theo. Falls ihr noch mehr davon hören wollt, wir haben ja eine Folge mit Django aufgenommen, die können wir vielleicht einblenden. Ich kenne die ganze Mechanik nicht, aber ähm, die ist sehr, sehr gut, da reden wir die ganze Zeit über Verschwörungstheorien. Oder richtige Theorien. Was machen die Tomaten mit was? Die kreuzen Tomaten mit einer Tabakpflanze, damit sozusagen die Tomaten dich auch noch abhängig machen von den Tomaten. Ah. So Nikotin mäßig. Und das ist, ich weiß nicht warum, aber diese Folge ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich Tomaten unfassbar gerne mag. Und diese Tomate, die sie in dieser Zeichentrickserie Simpsons hatten, sah so lecker aus, Alter, mit dieser Tabakpflanze gemischt. Und dann irgendwann haben dann, sind Kühe ausgebrochen oder so und haben dann diese Tomatenpflanze gegessen, waren dann auch so abhängig von diesen Tomaten und sind dann so durchgedreht und haben alle Menschen umgebracht. Ende. Hast du Cocaine Bear geguckt, den Film? Nee, aber ich hab schon ganz viele Minutes darüber gesehen. Ich hab schon oft überlegt, ob ich den gucke, weil der hat ganz gute Bewertung tatsächlich. Als ob. Ja. Was heißt gut? Der hat bei Amazon, glaube ich, irgendwie vier Sterne. Nein, Amazon kannst du nicht gucken. IMDb musst du schauen. Ja, Rotten Tomatoes gucke ich auch. Der hat safe nicht mehr als sieben. Rotten Tomatoes? Nein, Rotten Tomatoes ist das größte korrupter Kackladen. Okay, ich dachte nur wegen Tomaten, das ist eine lustige Referenz. Nee, ich war kurz in meiner Rage festgegangen und dann hab ich die Referenz nicht gecheckt. Rotten Tomatoes ist richtig schlimm. Magst du nicht? Nein. Kannst du gar nicht drauf vertrauen. Die Reviewer werden gekauft, die Zuschauerrezensionen werden zum guten Teil verfälscht. IMDb ist das Einzige, was zählt. Sag mal jetzt einen deiner Top-Lieblingsfilme. Oldboy. Ja, den hast du, davon redest du zur Zeit sehr viel. Ja, ein südkoreanischer Film. Ihr müsst den richtigen gucken, nicht den neuen. Der ist von, ich glaube aus den, wann ist der? Von den 2000ern? Ja. Also Nullerjahren oder von den 90ern noch? Nee, der ist Nuller, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Siehst du ein bisschen in der Optik. Weil es gibt ja noch einen Remake. Der ist aber 2015 oder so. Von Amerikanern. Genau, und der ist richtig scheiße. Wie die meisten Sachen, die Amerikaner Remaken. Also wirklich Oldboy, der originale Film. Die letzten 30 Minuten, auch davor, aber vor allem die letzten 30, 20 Minuten mit bestes Cinema, was man jemals sehen kann. Todesgeil. Ihr kriegt jetzt, und das ist ein bisschen ein Clip, aber es ist auch ein bisschen einfach hier im Podcast. Ihr kriegt jetzt einmal eine Top 10 Filme von Eduard und mir. Die haben aber keinerlei Wertigkeit. Also da kommt jetzt nicht Interstellar am Anfang oder so. Also es ist einfach nur unsere, jeder sagt einen, immer hintereinander. Ach, schwierig. Einfach irgendwelche aus deinen Lieblingsfilmen. Okay. Ich habe auch so gesagt, dann du. Diese Filme müsst ihr gesehen haben, bevor ihr sterbt oder so? Bevor ihr in das Alter kommt, wo ihr Tomaten züchten wollt. Okay. Okay, du bist dann. Sag nochmal. Oldboy. Gladiator. Okay. Mit diesem Russell Crowe, ne? Habe ich nie so richtig gesehen, erinnere ich mich nicht. Oh, der ist echt, der ist echt, das ist echt ein gigantischer Film. Der ist echt gut. Spirited Away. Chihos als ein Zauberland. Da würde ich direkt einmal Prinzessin Mononoke mit dazu hauen. Oh, der ist auch richtig geil. Weil die beiden Kombi sind topgeil. Safe, safe. Die sind richtig, richtig gut. Safe. Ansonsten, Inglourious Basterds finde ich auch richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Den gucke ich, das ist auch so ein Film, den ich echt immer wieder gucke. Ja. Immer wieder. Ich mag halt diese Filme, die so, wie soll man das sagen, die halt Gewalt irgendwie so fast schon lustig und comicartig und überspitzt darstellen. Weil das, weil ich habe irgendwie, Gewalt ist irgendwie so ein großes Thema in meinem Kopf immer, also in meinem Leben. Beziehungsweise halt so Tod und sowas dann auch. Und irgendwie gibt mir das so Comfort, wenn ich Leute sehe, beziehungsweise halt Filme mache, Autoren oder so, die Gewalt und Tod und sowas Gewicht wegnehmen, weißt du? Verstehst du, was ich meine? So wie die Cone Brothers. 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 Ja, und Tarantino sowieso. Ich überlege, ob ich Hateful Eight drauf machen soll. Alle hassen den, aber ich finde es toll, weil der so Kammerspiel ist. Genau, der ist auch so comfy, finde ich. Und du bist halt einfach immer, du bist halt einfach zwei Stunden, ich will jetzt nicht alles wegnehmen, bist zwei Stunden in dieser Hütte und es baut sich einfach zwei Stunden lang Gewalt auf und dann plötzlich in zehn Minuten passiert alles. Vorbei. Das stimmt. Ich habe leider mit Hateful Eight ein bisschen ein Problem. Das war die Phase, wo ich unbedingt Regisseur werden wollte und ich dann todeshype war. Also ich habe wirklich neue Filme von guten Regisseuren davor gefiebert, wenn sie mal droppen, wie zum Beispiel GTA 6, die meisten Leute jetzt gerade. Und dann war ich so hyped, dass Tarantino wieder einen neuen Film droppt, habe mir den dann angeguckt und hatte so hohe Erwartungen und er war gut, aber er war jetzt nicht... Gerade, weil ich glaube, davor war gerade Django, glaube ich. Achso, ja. Django war der Film vorher. Django war der Film. Alter, so müssen wir ihn nennen. Django Unchained. Django Unchained. Oh mein Gott, wenn wir ihm die Ketten wegnehmen. Oh mein Gott, weil er hat immer Ketten um. Ja genau, dann nennen wir ihn Django Unchained. Django Unchained ist todeslustig. Wir machen einmal, einfach nur einmal für ein Bit, reißen wir ihm die Ketten ab, alle und sagen einmal Django Unchained. Dann machen wir Freeze Frame und dann packen wir so Django Unchained dahin. Ich nehme nicht Hateful Eight, ich nehme Seven. Weil, und Seven, ich weiß, der ist auch in vielen Top-Listen drin, ich habe genau einmal geschafft, den anzugucken, danach konnte ich den nie wieder gucken. Echt, warum? Ich habe es, der hat mich so mit, der hat mich wirklich mitgenommen, muss ich sagen. Krass. Seven is Ender hat mich irgendwie ganz doll mitgenommen. Also alles, mit dem Todsinn und so, das war schon mit dem Typen, der die ganze Zeit Spaghetti fressen musste und so. Ja. Das ist schon krass. Also Seven. Und diese eine, na gut, man will ja nicht spoilern. Ja. Diese eine Szene mit dem Bett, die da ankommen. Ja. Und dann ist sie auch noch am. Ja, ja, genau. Das kannst du nicht sagen. Sonst. Schlimm, die Leute, die es geguckt haben. Ja. Ich meine, der kam in den 90ern raus. Ja, ja. Aber es gibt halt sehr viele jüngere Leute, die den Safe noch nicht geguckt haben. Kahn. Ich glaube, wir haben noch zwei. Zwei offen. Boah, weiß ich gar nicht. Wir können mal kurz unter uns gehen. Boah, es gibt so viele Filme halt, die ich richtig geil finde. Das ist immer so kompliziert, dann irgendwie spontan drauf zu kommen. Ja, ja. Und darum meinte ich jetzt gar nicht eine Top-Liste, sondern einfach Filme, die du magst, die man geguckt haben muss. Wir müssen eigentlich Serien da mit reinzählen, weißt du? Ja. Oh, nee, das machen wir gleich, glaube ich, im Anschluss. Findest du? Ja. Ich würde das einfach alles zusammenzählen. Mach noch einen Film, dann machen wir Serien. Prestige. Alter. Meist du die Magie von Nolan? Prestige ist ein richtig geiler Film. Den habe ich auch nur einmal, glaube ich, oder vielleicht zweimal gesehen, aber den könnte ich echt mal wieder gucken. Oh, und Hereditary finde ich auch richtig geil, diesen Horrorfilm. Weil es ist super schwierig, dass Horrorfilme, oder super selten, dass Horrorfilme auch gute Filme einfach sind. Ja. Und Hereditary ist auf jeden Fall einer davon. Sehr geil. Hast du mal Cabin in the Woods geguckt, zufällig? Ja, ja. Finde ich auch geil. Ja, das ist für mich ein richtig geiler Horrorfilm, weil der quasi Horrorfilm... Der wird aber sehr Comedy dann. Der ist sehr viel Comedy, aber der ist auch Horror und der verarscht, finde ich, sehr das Horrorgenre. Also so ein bisschen, weil die ja... Man darf jetzt nicht zu viel spoilern, aber normalerweise, man hat es ja immerhin so Horrorfilme, dass die Leute in der Hütte im Wald sind, Cabin in the Woods, und dann geht eine Tür auf im Keller und dann sind alle so, lass uns da reingehen. Genau, und dann findest du irgendwie alte Texte auf irgendeiner Sprache, die du nicht entziffern kannst. Und dann so, ey, ich glaube, wir sollten das nicht vorlesen. Und dann liest das einer von denen da verlaut vor. Genau. Beschwertigen, Dämon. So, dann gibt es immer so, es gibt immer Leute, die eine Waffe haben und dann aus irgendeinem Grund lassen sie die fallen. Ja. Mittendrin haben eine super Waffe, könnt wahrscheinlich alle retten, wenn sie fallen. Oder stolpern bei einem komplett geraden Boden. Genau. Und das ist sozusagen, so ist dieser Film aufgebaut, dass er gerade mit diesen Klischees sehr spielt, beziehungsweise die erklärt, wie er die hervorruft. Das ist sehr, sehr cool. Also, Cabin in the Woods ist auf jeden Fall einer der besten Plot-Twists, finde ich, in Cinema-History. Cabin in the Woods ist, by the way, wenn ihr nicht ganz so doll into Horror seid, finde ich ein sehr, sehr cooler Film für ein Date. Ja. Weil es schon mehr Comedy ist. Eigentlich ist so viel Gruseliges passiert da eben nicht. Aber manche haben sie dann doch so Jumpscares plötzlich und so. Ja, Jumpscares sind nicht gruselig. Nee, aber so out of nowhere. Zum Beispiel der, wisst ihr jetzt schon mal, der Titel vom Film, also nur der Titel, ist ein fieser Jumpscare. Achso. Der fickt dich out of nowhere. Das habe ich voll vergessen. Die reden einfach so, bla bla bla, bam, komplett. Digga, weißt du, welcher Horrorfilm ich richtig weggenommen habe? Ja. Dass ich mal wieder seit langem die ganze Zeit kalte Schauer hatte und wirklich in unserem langen Flur dann Probleme hatte, herzulaufen. Man muss ganz kurz sagen, unser Flur ist 50 Meter weit. Ja. Und vor allem, wenn man reinkommt und bei mir am Ende des Ganges mein Zimmer dann noch so rotes Licht rausscheint, dann wirkt das wie aus einem Horrorfilm sogar. Ja. Aber Smile, Bro. Warum lässt du auch immer rotes Licht aus deinem Zimmer scheinen? Äh, um die Mood zu setten. Okay. Was für eine Mood wird da reingesettet? Schlafenzeit. Rotes Licht ist beim Schlafen. Hilft wirklich, ne? Ja. Ich mache immer blaues Licht an. Ich glaube, das ist das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Das ist super schlecht, ja. Mach mal blau und lila an. Ist auch nicht gut für deine Augen, by the way. Smile. Boah. Der hat mich richtig weggenommen, ey. Ich muss wirklich sagen, ich habe Smile ausgemacht, ne? Krass. Ich habe Smile ausgemacht. Ich war da im Kino mit Jasmin und einer Freundin von ihr. Ja. Und ich habe wirklich gesehen, wie mehrere Leute rausgegangen sind. Ich bin da ab ausgemacht, ja. Krass. Konnte ich. Ich habe es nicht geschafft. Das hat mich zu dir... Also ich habe einfach, ich habe es gesehen und war wirklich so, ich glaube, wenn du es weiterguckst, wird sich das kaputt machen. Es hat auf jeden Fall gesessen bei mir. Aber ich kann halt Horrorfilme gut vertragen. Wenn man das nicht so gut kann, dann sollte man sich das echt zweimal überlegen, ob man den schauen will. Ja. Und jetzt machen wir noch einmal Top 6 Serien mit Eduard und Theo. Breaking Bad. Mit Abstand. Auf jeden Fall. Da werden jetzt viele Standardsachen dabei sein. Ja. Wie vorhin auch. Wie vorhin auch, aber das ist ja auch normal. Game of Thrones ist auf jeden Fall, habe ich mindestens dreimal durch. Bis zur letzten Staffel. Habe ich dreimal durchgeguckt, auf jeden Fall. Die letzte Staffel hätten sie einfach ganz anders machen sollen und in fünf Staffeln nochmal aufteilen. Ich verstehe gar nicht, warum sie das so dringend finishen wollten. Lief doch. Die haben doch Money damit gemacht. Das war die erfolgreichste Serie der Welt. Weil die einfach jedes Jahr eine Staffel droppen wollten, aber das letzte Buch war von George R. Martin noch nicht gepublished. Hast du die Bücher gelesen? Nee, ne? Was ich letztens auf TikTok gesehen habe, keine Ahnung, ob es stimmt, ist, dass es gibt ja die, für alle Leute, die es nicht geguckt haben, wirklich acht Sekunden Ohren zu halten. Gibt ja die Szene, wo Jon Snow dann getötet wird. Die habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, die letzten zwei Staffeln nicht gesehen. Nee, der, ah ja doch, er kommt hin. Aber es schuckt mich auch nicht. Ich meine, ich habe gute Zeit. Angeblich enden genau da die Bücher. Und man könnte sogar sagen, danach wird es dann eigentlich scheiße. Ey, warte mal, wo Jon Snow auf diesem, wo Jon Snow da auf dem, in dieser Winterstadt da liegt und dann wieder zu Leben erwacht. Ja. Da sollen die Bücher enden? Da enden wohl die Bücher. Ich habe gehört, die enden später. Ich habe gehört. Doch, aber bis dahin habe ich dann doch geguckt. Ich erinnere mich. Ganz gruseliger Moment. Ey, Game of Thrones ist auf jeden Fall sehr cool. Du bist dran. Ich kann halt ganz viele Anime auch noch raushauen, die Top-Tier sind. Attack on Titan ist Top-Tier, eine der besten Geschichten. Attack on Titan ist cool. Hast du geguckt? Ich kenne ein bisschen Anime. Also ich habe Attack on Titan ein bisschen geguckt und Death Note. Du musst Attack on Titan zu Ende schauen. Es gibt jetzt, wie viele Staffeln gibt es jetzt? Weil wenn du Anime immer so verfolgst, dann gibt es nicht so Staffeln, weißt du? Ja, ja. Du guckst einfach Episode zu Episode. Jedenfalls ist es nicht so viel und die Episoden sind auch nur jeweils 20 Minuten lang. Deswegen, du hast da wirklich eine der besten Geschichten, die jemals erzählt worden sind in Fiction. Habe ich ein paar Ticklos drüber gesehen, das ist echt krass. Ja, es ist Top-Tier und es wird 100% in 50 bis 100 Jahren schon als Klassiker gelten. Alter. Es ist ja bei IMDb auch mit einer der besten, bestbewertetsten Serien ever. Ja. Und es hat die meisten 9,9 Folgen auf IMDb von allen Serien. Inklusive Breaking Bad, alles, ja. Crazy. Und es ist auf Platz in den Top 5 von allen Serien auch. Ja, vielleicht sollte ich Anime nochmal eine Chance geben. 100%. Du verpasst richtig viel krasses Storytelling. Ja. Sachen, die du nicht machen kannst, halt mit Schauspielern. Ja. Sowas hatte ich auch mal überlegt, ein bisschen so Anime-Content in meine TikToks einzubauen. Ich glaube, ein paar so Transitions könnten krass kommen. Ja, safe. Safe. Richtig empfehlen. Ich. Du kannst Dylan und mich immer fragen. Ja? Klar. Wir gucken halt richtig viel. Okay. Und lesen viel Manga. Voll süß. Neuer Hobby irgendwie. Was ist meins? Coming of Age. Nehmen wir mal Coming of Age. OC California. Ist von den Machern von Gossip Girl. Nur, dass es in Kalifornien spielt statt in New York. und ich mag Kalifornien auch lieber. Und es spielt so in den, ich würde sagen, spielt zwischen 2001 und 2005. Und die sind halt da so 16 gewesen. Ich glaube, 2001 bis 2005 war eine ganz coole Zeit, um 16 zu sein. Ist das zufälligerweise diese eine Serie, wo dieser blonde Main-Character ist? Ja. Und wo ich letztens bei John Oliver in einer Folge gesehen habe von Last Week Tonight. Kennst du ja die schon, ne? Ja. Ewig nicht geguckt. Da haben die einen Clip, glaube ich, von OC California benutzt, wo eine Spenderherz einfach gedroppt worden ist auf dem Boden, weil eine Krankenschwester irgendwie gestolpert ist und ein Golden Retriever kommt einfach. Nein, das war was anderes. Ist das jetzt. Das ist was anderes. Aber hört sich richtig scheiße an. Wieso sollte dieser Golden Retriever in diesem Krankenhaus sein? Und dann dieser Schauspieler, dann dieser Blonde halt von Gossip Girl auch. Dieser eine. Ah, nee, das ist was anderes. Der hat auch nicht mehr Gossip Girl. Aber dieser Schauspieler sieht nur, wie dieser Hund vorbeiläuft und macht dann auch noch so. Guckt dann auch noch. Scheiße. Das erinnert mich voll in den Clip mit, äh, act it out, your dog just died. Und er so, oh, oh. Und die Musik dazu ist so geil. Wirklich so ein Top-Tier-Sieben-Sekunden-Clip auf jeden Fall. Ich vermiss Wein manchmal. Wieso? Haben doch TikTok. Ja, aber Wein war nochmal irgendwie, ich fand's. Nein, Wein war so kacke. Hattest du Wein? Nee, ich hab Wein-Complations geguckt. Ich hatte Wein in die App und hab da die Sachen konsumiert. Nee, ich hab nur Complations. Es war so ein Rott, Digga. Echt? Es war so schlecht organisiert. Du hattest halt, äh, die ganz viralen Videos gab's eine Rubrik für. Aber ansonsten, bis du mal ein lustiges Video gefunden hast, hat's Ewigkeiten gedauert. Also die TikTok-for-you-Page ist um Welten besser. Nichts gegen die TikTok-for-you-Page, die mag ich auch sehr gerne. Äh, du bist dran mit Serie. Äh. Jeder noch eine. Die Frage ist, noch ein Anime, oder? Mach mal nicht nett, noch ein Anime. Okay. True Detective. Ich wollte True Detective sagen. Du hast gerade geguckt. Oder Fargo. Beide ist sehr cool. Nimm mal beide. Ja. Aber True Detective, die erste Folge, falls ihr aus meiner Art, also aus meiner Sicht mal Bock auf richtig depressive Stimmung habt, find ich super. Aber richtig gut. Richtig gut, aber wirklich abgefallen. Also halt Nihilismus pur irgendwie. Ja, schon. Sehr. Also sehr, du hinterfragst sehr die Menschheit. Und vor allen Dingen ist in Louisiana in Amerika gedreht. Und ich glaube, Louisiana ist schon ein sehr trostloser Ort. Ja, generell. Mit Western Amerika. Ja, mit West Amerika sowieso. Da so viele kleine Städte, Leute ohne irgendwie, kommt das zumindest so rüber, Perspektive im Leben, leben einfach so von Tag zu Tag und da passiert einfach nicht viel. Und die Leute, weiß ich nicht, werden halt den Leuten, ich weiß nicht, mich fakt schon alleine, wenn ich das sehe, so in Filmen oder sowas, die ganze Architektur in Midwest Amerika. Einfach ganz traurig aus irgendwie, ne? Und diese ewig langen Straßen und so. Es gibt eine, so eine Reportage von, ich glaube, Oklahoma ist das oder so, von so einem Dorf, was so abgeschieden ist, dass halt alle Inzests miteinander betrieben haben. Weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Hat das mit dieser Familie, die gar nicht mehr reden können, wo der eine bellt? Junge, das hat mich nachhaltig gefickt, dieses Video. Wirklich, dass diese degenerierte Familie zu sehen, die halt alle miteinander poppen und neue Kinder bekommen, die halt immer weiter gehandicapt sind. Das ist so, das hat irgendwas menschlich mit mir ganz toll. Das ist so ein bisschen, ein bisschen Uncanny Valley aber auch. Genau, auf einmal sieht man sich wieder so als Tier. Du wirst wieder daran erinnern, dass wir Menschen auch nur Tiere sind. Und das ist sehr Uncanny Valley, weil die sehen nicht mehr so richtig nach Menschen aus. Bisschen wie, wie heißt dieser eine Film, wo diese Mutanten, diese Gruppe von Travelern dann jagt, diese komisch mutierten Leute. Diese Familie war doch sogar die Inspo für diesen Film. Echt? Aber wie heißt das mit? The Hills Have Eyes. Oh mein Gott, The Hills Have Eyes ist der allergruseligste Horrorfilm, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Doch. Ah ne, Silent Hill meinte ich. Achso, Silent Hill kann ich verstehen. Ja, Silent Hill ist so schlimm. The Hills Have Eyes sind einfach mutierte Leute, die einfach Jäger spielen und dann nicht mal besonders stark sind oder so. Da denke ich mir auch, Digga, von schwach, dass ihr euch da umbringen lässt. Die Leute nicht hätten so gerult in der Situation. Ja, das wäre safe. Ja genau, also falls ihr noch einen Horrorfilm, Silent Hill, da habe ich auch mal das Spiel gespielt, dass diese Sirenen, die da kommen manchmal, sehr, sehr gruselig. Das Spiel ist schlimm. Das Spiel ist echt schlimm. Horrorspiele kann ich zum Beispiel auch nicht spielen. Das ist too much für mich. Ja. Das ist too immersive. Aber es sind halt auch immer nur Jumpscares. Nicht immer. Ich finde die schlimmsten Horrorspiele sind die, wo du Sachen siehst und Sachen hörst, wo du diesen kalten Schauer bekommst. Nicht diese Jumpscares. Weil die kannst du, ich könnte jetzt plötzlich, jemand könnte hier auf die Scheibe springen und das wäre ein Jumpscares, weißt du? Ja, ja, ja. Jumpscares sind halt so billig. Die kannst du jederzeit, egal wo, einbauen. Aber Leuten wirklich kalten Schauer über den Rücken laufen zu lassen, das ist so eine Kunst irgendwie schon. Ja, das stimmt schon, du hast recht. Und das ist viel schlimmer, weil das sind dann diese Bilder und diese Töne, die dich Jahre später noch daran erinnern werden, erinnern lassen. Ja. Größte Standardserie auf der Welt, ich weiß und so, aber es hat wirklich mich sehr geprägt, sehr, sehr geprägt ist, How I Met Your Mother. Ich weiß nicht, ob du da auch so hast, aber es hat echt sehr viel mit mir. Ja, ich habe sehr viel geguckt, das kenne ich glaube ich auch alles. Das ist echt so ganz toll, Komfort auch. Man merkt es aber auch, weil ich finde, was Ted Mosby da und die anderen generell, vor allem Ted Mosby, aber der wegen Beziehungen und Liebe gepreacht hat oder zumindest suggeriert hat, was richtig ist, super toxisch und keiner hat es gecheckt und du hast es glaube ich ein bisschen zu viel davon übernommen. Ich finde, der Ted Mosby aus unserer WG auf jeden Fall. Das stimmt. Alle, du bist Marshall? Nein, ich bin nicht Marshall. Ja, du bist kein Marshall an sich, aber... Nee. Naja. Ich, wenn meine Partnerin einmal mit mir Schluss machen will, würde ich sie nicht nochmal nehmen. Echt? Ja, safe. Das wäre was anderes, wenn ich mit meiner Partnerin schon, seitdem wir 15, 16 sind oder so 18, zusammen bin und wir nie eine andere Beziehung hatten, wenn dann jemand das Gefühl hat, ich will nicht mit jemand anderem zusammen sein, aber ich will irgendwie alleine mal sein, ich will Leben spüren und so. Ja, okay. Dann wäre es kompliziert, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Sache ist, die man nochmal rausfinden kann, aber wenn ich Ende 20 bin und meine Partnerin jetzt Mitte 20, dann... und sie sagt, ich will es kurz alleine probieren und so, dann würde ich sagen, wir haben dann viel Erfolg an deinem Leben. Nee, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja. Dann bist du halt kein Marshall. Nee. So, das war Dylan Jetzt ohne den Bezug auf das vorher, aber Dylan ist auf jeden Fall Dylan ist ein bisschen mehr simpig Dylan ist auf jeden Fall simp Oder? Er hat Momento Aber simp sein ist ja auch gut Ich bin auch ein simp für meine Freunde Tschüss Deswegen weiß ich gar nicht, warum ich Dylan mehr mit Marshall assoziere Lassen wir es einfach so stehen, du bist Marshall Okay, was willst du sein? Welcher Seriencharakter bist du dann? Oh, ich bin so Ted Mosby, das ist so schlimm Fuck Oh man ey Ich will Warum peinlich? Ich will Lily sein Meine Freundin soll auch Lily sein Okay Willst du sagen, warum peinlich? Weil ich Ted Mosby peinlich finde Aber ich unterhalte die ganze Gruppe, mein Lieber Das stimmt, sehr entertaining Sehr entertaining, mein liebes Leben Wir haben übrigens, falls jemand von euch sich an die Geschichte erinnert, wo Theo erzählt hatte Dass er mit einem Fake-Account geschrieben hatte Es war bis vor kurzem Immer noch so ein Rechtszweifel Ob die Person wirklich einfach nur noch abgefuckt war von Theo Weil ich dann das Bild gefragt hatte Genau Und sie tatsächlich existiert Wir haben jetzt Ganz kurz, ganz, ganz Hol mal die Leute ganz kurz ab Die das jetzt nicht geguckt haben, gesehen haben Ja, hast du doch erzählt, dass du mit einem Fake-Account geschrieben hast Ich habe mit einem Fake-Account Die ich jetzt nicht verraten werde, damit mich nicht immer nochmal austricksen kann Aber so Ticks die ich auch habe Und es war voll süß und so Und auch so, die hat mir immer so Bilder geschippt So Snap-mäßig Genau, und jetzt kann Eduard wieder übernehmen Genau, ja Ja, und dann ist meine Freundin und mir aber schon aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt Die Posen, die sie geschickt hat, obwohl sie eigentlich Corona hatte Sagen ein bisschen so halt nach Influencerin aus So eine super schlechte Qualität So als hätte er ein Screenshot von einem Screenshot gemacht Aber auch nicht super schlechte Qualität Ja, aber so, dass es einem Zweifel gibt Auch in die andere Richtung natürlich Wo du weißt, irgendwas ist komisch, aber ist noch authentisch genug Und dann haben meine Freundin und ich darauf bestanden Dass du halt mal nach dem Daumen nach oben ein Bild fragst Guter Trick, um rauszufinden, ob es ein Fake-Profil ist Dann meinte sie auf einmal Ja, okay, wenn ich morgen meine Haare gewaschen habe, dann Schicke ich dir Und dann am nächsten Tag hast du dich halt blockiert Überall Jetzt vor kurzem, vor zwei Tagen hat Theo Die echte Influencerin von diesen Bildern gefunden Und dann hat der Kreis sich endlich geschlossen Ja, und der hat sich dann eine richtige Bestätigung Ja Dass er verarscht worden ist By the way, diese Person, die da Theo richtig verarscht hat Superschlimm, weil, also Psycho, einfach wirklich Weil Theo hat eine Bekannte in seinem Kreis Also in seinem Leben ist gestorben Vor einigen Wochen oder Monaten jetzt Und als das frisch passiert ist Und er mit dieser Fake-Person geschrieben hatte War diese Person entscheidend in irgendeiner Kirche Und hat gesagt, oh ich zünde Kerzen für dich und für sie an Mein Beilei Theo, bla 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 Und war die ganze Zeit eine Fake-Person Also die hat dann einfach praktisch den Tod von einer Bekannten von dir ausgenutzt Um Sympathiepunkte über dir zu erlangen Voll schlimm Obwohl sie ständig Fake war Das ist schon krass, da bist du schon Vorher fand ich, auch als ich jetzt aufgelöst hatte Beziehungsweise dann die andere Person gefunden hat War ich auch ein bisschen erleichtert irgendwie Und das nimmt mich auch nicht so mit, Leute Das ist mir eigentlich relativ lax Ich finde es einfach eine extrem lustige Geschichte Aber dann hatte Eduard das gesagt Also weil ihm es auch aufgefallen ist nochmal Mit meiner Freundin damals, die da verstorben ist Und das ist schon sehr, sehr abgefuckt, muss ich sagen In dem Moment musst du eigentlich den Respekt haben Aufzuhören zu schreiben Oder dich zu erkennen Aber einfach, das kannst du nicht machen Oder zumindest nicht drauf eingehen oder was auch immer Wenn du da, also ich verstehe dir Generell Ich kann da nicht reinschauen in die Köpfe Also generell alleine schon ein Zielprofil zu haben Da mit Leuten rum Genau, das meine ich halt So komisch Aber Leute, hier jemand, der sich auf jeden Fall Mit Internet theoretisch gesehen auskennt Wurde auch gescammt Also kann es nicht stimmen, wenn euch das mal passiert ist Mir ist es auch schon ein paar Mal passiert Ein paar Mal auch? Ich bestimme mir auch schon Hannover, ha? Genau Lass mal jetzt einen Jahresrückblick machen Das ist ja, heute ist der dritte Januar Wie war, ich habe ein paar Fragen von euch Wie war euer 2023? Schön Meinst du auch super? Nächste Frage Perfekt Mein 2023 Nur mal ganz kurz Einen ganz kleinen War sehr cool Ich glaube dieses Jahr Ich, für mich gibt es immer die vier Säulen des Lebens Die vier Säulen des Lebens Oder vielleicht sind es auch fünf Job Familie Freunde Zuhause Das sind meine vier Säulen des Lebens, glaube ich Willst du noch einen dazu machen? Ne, ne? Das ist ganz gut Intimpflege 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 ist echt wichtig, Leute Wascht euren Schwanz Und euren Arsch Und alles mögliche Immer schön waschen Und Vor allen Dingen, wenn ihr wisst, dass ihr demnächst Geschlechtsverkehr haben werdet Oder irgendwas anderes Okay, komm, erzähl Anyways Jedenfalls Genau, gibt es die vier Säulen des Lebens für mich Und bei mir haben eigentlich immer alle konstant gewackelt Und ich glaube, es darf aber nur so eine wackeln Damit du dein Leben unter Kontrolle hast Und Jetzt habe ich das Gefühl Alle vier Säulen stehen irgendwie Ich habe mein Zuhause sehr cool unter Kontrolle Weil ich Also, ne, das wo ich wohne Und was ich wirklich auch Zuhause nenne Bei euch oder bei uns in der WG Ist wirklich Extrem Zuhause für mich Also So Zuhause war schon lange Bestimmt Drei, vier Jahre Nichts mehr für mich Also das ist richtig cool Ich fühle mich extrem Zuhause Mit meiner Familie ist alles super Mit meinen Freunden ist alles cool Ich habe echt einen tollen Freundeskreis In dem du auch mit drin bist Ähm Und Das mit meinem Job Ich habe mich sehr so eingependelt Ich habe jetzt ein cooles Team Wir sind zu fünft Liebe Grüße an mein Team Und Ich habe da irgendwie Sehr viel irgendwie so rausgefunden Der Podcast und so Also ich Fühle mich sehr wohl gerade Alles ist gerade echt cool Genau Ich bin ein bisschen ausgebrannt Deswegen Fliege ich jetzt in drei Tagen nach Bali Aber wenn ihr das hört War ich schon auf Bali Krass, einfach Zeitreise Krass, ne? Zeitreisender Wie war dein 2013? Nur ein bisschen Interessant auf jeden Fall Ein wichtiges Jahr Ja Ein sehr einschneidendes Jahr Ich habe halt meine Freundin kennengelernt Und bin mit ihr zusammengekommen Eine sehr wichtige Beziehung Eine sehr interessante Beziehung auch Objektiv betrachtet Äh Ein riesiger Schritt Auch durch diese Beziehung halt Ins Erwachsen Also mental dann auch nochmal Mehr erwachsen werden Fühlst du dich dieses Fühlst du dich am 8. Dezember 2023 erwachsen als am 8. Dezember 2022? Auf jeden Fall Mit Abstand Ja Auch wenn meine Ordnung und meine Zuverlässigkeit manchmal noch zu wünschen ist Ich meine am 3. Januar natürlich 3. Januar Sorry Ja Ich bin nur manchmal ein bisschen enttäuscht von mir Dass ich so unzuverlässig sein kann Was Pünktlichkeit manchmal angeht Was meine Ordnung bei mir zu Hause angeht Was Wie halfest du noch? Ansonsten Also was meine Zuverlässigkeit mir selber gegenüber auch angeht Ich würde sagen dir selber gegenüber Weil als dein Freund könnte ich sagen Ich finde man kann sehr auf dich zählen Ja ja emotional auf jeden Fall Auch Und ich bin Ich finde man kann auf dich zählen Ich bin auch da Wenn du da sein Wenn man dich braucht Dann bist du da Ja genau Also ich finde man kann sehr auf dich zählen Aber dir gegenüber halt so ein bisschen Ja Und wie du mit dieser Schlafrhythmus-Sache Die du vorhin gesagt hast Mit dir selber umgehst Das ist halt so ein bisschen manchmal Genau und ich glaube ich habe in meinem ganzen Leben noch nie weniger Sport gemacht Mhm Also wie dieses Jahr Äh Ich glaube ich habe noch nie Seitdem ich Content-Creator bin Weniger Content gemacht Aber das war auch Deswegen ist es auch sehr interessant Weil Äh Ich habe sehr viele Neue Einsichten Ähm Und Einstellungen Gegenüber dieser Branche an sich gewonnen Gegenüber Arbeiten Äh Unsere Wirtschaft Unserem Sozialsystem Generell auch Ähm Darüber was ich dann für ein Content machen möchte Was Ein bisschen meine Vorstellung Von mir als Person in 5 Jahren ist Also so Wer möchte ich dann sein In 5 Jahren Nicht Was möchte ich machen In 5 Jahren Weißt du Das finde ich auch ein wichtiger Unterschied Ähm Und generell Als wäre so ein Schleier Weggefallen einfach Über diese ganze Branche Weißt du Hm Nicht nur über diese Branche Sondern generell Äh Die Leute Oder die traditionellen Ziele Ich will das Ich will mich jetzt nicht wie so ein Arschloch anhören Aber Alles gut Ich Ich nenne es einfach beim Namen So die traditionellen Ziele Mit denen wir in diesem System Groß geworden sind Im Kapitalismus Dann halt Millionär werden Also schon anfangen Anfängt Ja ja Also Sehr viel Ressourcengewinnung halt Dass du so viel Kapital Wie es nur geht Dann anschaffen kannst Ähm Und dass das dann aber auch so als Ähm Mittel benutzt wird Um die anderen Bereiche im Leben Um die es ja dann eigentlich geht Und jeder spürt es Nämlich die Beziehungen zu anderen Menschen Mhm Halt zu festigen Und welche Leute Vor allem Das war für mich der größte Schleier Der gefallen ist Äh Warum wir Leute im Internet Irgendwie so Idealisieren Und Idealisieren Idealisieren Nee nicht Idealisieren Ich glaube Idealisieren umfasst Idealisieren Ja Reicht einfach schon aus Oder Idealisieren Gibt es nicht Das Wort glaube ich So Ich habe stark bei mir dann einfach hinterfragt Weil ich weiß Wenn man meinen Content anschaut Natürlich Ich habe meine guten Momente Ich habe meine schlechten Momente Man kann hinterfragen so Äh Ob ich dann eine künstlerische Integrität habe Finde ich auch voll fair Das ist immer eine wichtige Diskussion Aber in meinem Kopf geht halt so viel mehr ab Als das Als was von mir im Internet zu sehen ist So wie bei den meisten Der Typ macht sich so viele Gedanken Das könnt ihr euch nicht vorstellen Beziehungsweise mir ist halt diese Dieser künstlerische Gedanke Ist mir halt so wichtig Auch wenn ich nicht immer Online auch verkörpe Ähm Und seitdem er mir aber dann nochmal So extra wichtig geworden ist Ähm Und ich Meinen eigenen Content In einem ganz anderen Licht sehe Und das was ich machen möchte In Zukunft Und ich habe das Gefühl Einfach Als wüsste ich nochmal mehr Ich dachte schon mit 27 Hätte ich diese Phase dann Vom Erwachsenwerden erreicht Von dem man ja redet Wenn dein Wenn dein präfrontaler Kortex Da ausgewachsen ist Weißt du So dass du dann auf einmal Gefestigt bist Du weißt auf einmal wer du bist Ja Und auf einmal betrachtest du Leute Die jahrelang jetzt Und dass ich zumindest von mir Es ist ja so Es ist ja so als hätte Mich mit so einem Vorschlaghammer Hammer getroffen Mhm So wo ich diese Realisation Irgendwie über Wochen Dann immer mehr und mehr Verinnerlicht habe Und auf einmal Wir reden ja auch sehr viel darüber Mhm Dass so viele Sachen In denen wir die letzten Jahre Interessiert waren Auf einmal gar nicht mehr Interessant finden Und wir uns wirklich so Auf das Wichtige Dann halt fokussieren Mhm Wir sind nicht mehr Interessiert an Partys Wir sind nicht mehr Interessiert an Unnötigen Connections Mhm Gar keine FOMO mehr Und was auch immer Das hört sich halt so an Wie so ein Teenager Der gerade irgendwie Das erste Mal Merkt das ja Nicht jedes Wochenende Irgendwo feiern muss Es ist auch super schwer Das zu artikulieren Wie intensiv Dieses Gefühl In mir drin ist Weißt du Das ist lustig Weil ich es halt so Nur verstehe Ich meine wir reden da privat Ja extrem viel drüber Aber ich kann es echt so verstehen Ich habe jetzt nächste Woche Noch ein Event Und Alles in mir sträubt Sich dagegen dahin zu gehen Voll krass Du merkst halt irgendwie Dass das Wofür du dich Ich habe immer versucht Das irgendwie so Für mich selber zu artikulieren Auch in meinem Kopf Und ich rede ja mit meiner Freundin Immer darüber Sie ist so ein bisschen Mein Punching Back Dass ich einfach immer Meine Gedanken laut ausspreche Die Arme Nein sie findet das ja auch gut Und sie erwidert das ja auch Ich diskutiere ja viel mit ihr Ich versuche dann immer so Meine Gedanken Irgendwie zu ordnen Mit ihr zusammen Und mit ihr dann auch viel zusammen Und ich habe dann einfach gemerkt Das was für mich Was Worin ich Mein Stolz am meisten in mir sehe Worauf ich am meisten stolz bin einfach Sind Sachen die Können erstmal Fremde überhaupt nicht sehen Weil das ist schon alleine der Punkt Den ich meinte Dass Künstlerische Integrität Und Die Sachen die ich mir überlege Für Content So viel Komplizierter sind Und so viel Kannst du einfach nicht Kannst du einfach nicht Online sehen Im Internet Leute seht und denkt Boah ich liebe die Ich finde die so cool Und sowas Aber ihr kennt uns einfach nicht Ihr wisst nicht Ob wir wirklich gute Menschen sind Oder nicht Ich finde Idealisiert bei Influencern Weil wir Unser Leben vermeintlich zeigen Ich kann ja zum Beispiel sagen Ich mag Ich liebe Jon Snow von Game of Thrones Weißt du Dann Aber dann ist ganz klar Ich liebe diesen Fiktionalen Charakter Aus dieser Serie Und ich weiß nicht Manchmal Habe ich das Gefühl Könnte man Social Media Vielleicht auch eher so betrachten Weil Das was die Influencer da darstellen Ist meistens eine Fiktion Von der Realität Das ist nicht Also oder ist es ein Prozent Von der Realität Und ich glaube Das müsste man Wenn man das unterscheiden könnte Würde das Ganz vielen Leuten da draußen In diesem Idealisierungsprozess Extrem viel helfen Ja Und man würde sich weniger Dazu Wahrscheinlich auch Ermutigt fühlen Irgendwie Hasskommentare Oder was auch immer Dann zu machen Oder ich weiß nicht Ob ich da gerade irgendwie Zwei völlig unabhängige Sachen Miteinander verbinde Aber Man hat halt oft das Gefühl Da ist eine Person Die kriegt Chancen Die du nicht hast Einfach nur für Sachen Die wirken wie ein normales Leben Ganz oft dann Und dann wenn irgendwas Wenn diese Person Einen kleinen Slip-Up macht Einen kleinen Fehler macht Dann nutzt man die Gelegenheit Direkt noch drauf zu hauen Und das passiert dann natürlich Aber nur weil Weil du eben das Gefühl hast Dass das halt eine echte Person ist Da die du dir gerade anschaust Aber das ist halt wirklich Immer noch Eine gewisse Facette Von dem ganzen Charakter Man muss natürlich aber noch dazu sagen Ich kann den Appeal von Influencern dann immer noch Mehr verstehen Als von vielen anderen Ich kann das mehr verstehen Als wenn du Die Interviews Und Keine Ahnung Gossip oder sowas Von traditionellen Celebrities anschaust Weil Bei uns kriegst du ja nochmal Ein gutes Stück mehr Von unserer Persönlichkeit mit Als Traditionellen Celebrities Ja Aber so oder so Dieser Schleier Natürlich Wie nennt man das Preaching to the choir Ich sag halt so Sachen Die du glaube ich Erst so richtig siehst Wenn du da außerhalb Also wenn du da wirklich Drin steckst Dann verfliegt dieser Zauber Bei vielen verfliegt er halt Aber eben nicht Und das war diese Komische Realisation Die ich dann hatte Zu sehen wie viele Deutlich ältere Menschen Als ich Und auch Leute Die so lange in der Branche sind Und auch sehr Erfolgreich sind Irgendwie Diesen Gedanken Immer noch nicht verloren haben Sich wirklich da irgendwas Darauf einbilden Anstatt es einfach nur Als Job zu sehen Job mit ein bisschen Mehr Verantwortung vielleicht Gegenüber dem Was du Da nach außen präsentierst Ja Aber es ist nur ein Job Es ist nur ein Job Und es ist nur Es ist nur ein ganz kleines Ein ganz kleines Fenster An das man reinschaut Und das hört sich jetzt halt Nach einem Instagram-Quote An und soll es aber gar nicht Aber es ist trotzdem so gemeint Dass Da bist du selber Und so Aber man muss sich da So stetig dran erinnern Ich mich auch Es ist wirklich einfach nur Die zwei Sekunden Die ihr seht Von Wenn ihr da jetzt Von mir TikTok seht Wo ich auf dem Schneeberg Irgendwie mein Laserschwert rumschwinge Es war mega scheiße da Es war minus 5 Grad Ich hab gefroren Da waren drei Leute In der Kamera Die mir geholfen haben Die Fitness-Influencer Haben auch kein Sixpack Wenn sie nicht im perfekten Licht stehen Und irgendwelche Beauty-Models Die sonst um 7 Uhr morgens Ihren CEO-Morning-Routine machen Die pennen auch mal bis 13 Uhr Und haben fettige Haare Und das ist glaube ich einfach so Das muss so integriert werden In unser Wissen glaube ich Dass wir das checken Ja diese Realisation Kommt ja langsam Aber was mich am meisten stört Ist dann halt dieser Halo-Effekt Dass du direkt Nur weil du jemanden Zum Beispiel attraktiv findest Oder jemanden lustig findest Im Internet Dass du direkt irgendwie Seine ganze Persönlichkeit Das ist ja ein normales Gefühl Deswegen hat es ja so einen Fachbegriff Dieser Halo-Effekt Das machen wir ja dann auch Mit normalen Menschen In unserem Alltag Aber man muss sich wirklich Daran erinnern Dass wenn ich zum Beispiel Einen Theo Karow Gerne mir anschaue Im Internet Kann es trotzdem gut sein Wenn ich mit ihm Einem Abend mal Ein bisschen länger quatschen würde Ich merke dass er und ich Überhaupt nicht Weiben Und er eigentlich Voller Bastard ist Kann wirklich sein Kann wirklich sein Und es ist nicht so unwahrscheinlich Also dass jemand ein Bastard ist Ey yo Nein aber ist ja so Also Theo Das heißt nicht so unwahrscheinlich Theo ist ein Bastard Genau Nur dass wir das einmal festgestellt haben Ich bin ein Narzisst Bastard Alles Aber es kann auch gut sein Dass wenn zum Beispiel Einer von den Creators Die ihr cool findet Und ihr trefft die irgendwo Oder was auch immer Kriegt das erste Mal Ein bisschen mehr was von denen Zum Beispiel in einem Podcast Oder einem Livestream mit Oder so Dass ihr die einfach nicht cool finden werdet Oder die euch auch nicht cool finden werden Und dann Ist man direkt beleidigt Auch so Hä Ist ja irgendwie doch eine Person Die einfach nicht gestört werden will Irgendwie oder was auch immer Das sind gerade so Basic obvious Sachen Die wir sagen Aber Mich stört glaube ich An dem ganzen Gedanken Dass ich wirklich immer mehr und mehr Das Gefühl habe Dass manchmal die falschen Leute Berühmt gemacht werden Gibt es einen deutschen Influencer Den du inspirierend findest? Inspirierend? Zurzeit? Malz erzielen Krasser Creator Malz ist cool Richtig richtig guter Creator Also die Art wie er Vlogs macht Finde ich Ist irgendwie Gleichzeitig Es sieht Effortless aus Es ist aufwendig Aber es sieht effortless aus Du checkst gar nicht Dass er sich da Übel viel Mühe gibt Und selbst wenn er das Ich kann mir gut vorstellen Wenn man ihn fragen würde Würde er sagen Ja Der Gibt sich da nicht so viel Mühe Ich weiß nicht Falls es so ist Kann auch sein Dass Malte es natürlich Direkt auch sagen würde Achso Malte gibt sich Extrem viel Mühe Ja Das sieht man auch Auf jeden Fall Der ist Ja Vor allen Dingen Schneidet der Ich weiß nicht Ob er es immer noch macht Aber der schneidet Einfach am Handy Am Handy Junge What the fuck Ja Malte ist ein richtig Krasser Creator Finde ich Jemand der Sehr viel Also sehr 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 bekannt wäre Wenn er in Amerika Zum Beispiel Groß geworden wäre Ja Safe 100% Voll Ich mag Julian Bam Und Khan Richtig gerne Aber weil die halt auch Sehr filmischen Content machen Sehr beeindruckend Gerade Er ist auf jeden Fall Auch eine richtige Inspo Natürlich Genau Ja und Julian Bam Das ist der mit seinen Hauptkanalvideos Das ist schon krass Mit diesen Produkten Ja da kann ich Halt nicht viel sagen Du konsumierst es einfach nicht so Ich hab das auch nie So super doll verfolgt Aber ich hab echt Großen Respekt davor Was er da so macht Eine Frage noch Die ich ganz interessant finde Glaubt ihr daran Dass immer ein gutes Jahr Auf ein schlechtes Jahr folgt Nö Cool Warum solltest Ich schwöre Bei mir ist das so Echt Ja Gutes Jahr Schlechtes Jahr Gutes Jahr Schlechtes Jahr Gutes Jahr Warte mal Bei mir ist es die Aber jetzt ist er durchbrochen Der Fluch Ja Jetzt ist alles noch Das ist halt eine self-fulfilling prophecy Wenn du dran glaubst Genau Und das war jetzt das letzte Mal Ja dann glaub einfach nicht dran Ich glaub jetzt nicht mehr dran Genau Super Dann haben wir das ja geklärt Du weißt doch selber Das ist doch Teil deines Contents Dass du die Freunden im Leben In den kleinen Dingen auch sehen musst Mhm Achso Ja Dann sieh Ein bisschen mehr Freude Digga Ich freu mich Mir geht's super Glaube ich Nein mir geht's ehrlich Ich glaub mir geht's Richtig richtig gut Sag sowas nicht Warum? Du bist zufrieden Ich bin zufrieden Ich kann sowas sagen Mir geht's gut Nee 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 Weil es muss Es kann nicht von Dir geht's richtig richtig gut Kann's noch besser werden Es muss dann Du setzt dir praktisch Eine Bahn in deinem Kopf Weil du es aussprichst Von der es nur noch Nach unten gehen kann Und dann Weil du das aber schon Vorher ausgesprochen hast Nimmst du diesen Unterschied wahr Obwohl du immer noch Voll im Rahmen bist Sag einfach immer Ich bin zufrieden Und ich mach das auch Selbst wenn ich richtig happy bin Und richtig side Sag ich einfach immer So ja Ich bin noch ein bisschen side Oder ja Mir geht's gerade sehr gut Aber ich bin zufrieden Und dann all die kleinen Unterschiede Die bis dahin passieren Die Ja okay Ich fühl mich trotzdem Ja ich verstehe das Ich fühl mich trotzdem sehr depressiv Aber vielleicht ist meine Strategie Nicht die beste Nee ich finde deine Strategie Spiegelt einfach perfekt Deinen Charakter wieder Und meine Strategie Spiegelt meinen wieder Ja du bist schon stabil Und du bist eine kleine Schwarze Katze Große schwarze Katze Und ich bin ein Golden Retriever Sind Katzen Weiß ich nicht Ja doch die sind schon stabil Die sind schon relativ stabil eigentlich Die sind so Aber immer ein bisschen auch Depressed irgendwie Wie lustig ist das Eine Katzenvideo Was ich dir geschickt habe Wo die immer wieder Versucht da hochzuspringen Alter ich habe das gestern Auch selber schon gesehen What the fuck Wie oft kann man es versuchen Und dann sagt man Dass Katzen schlauer sein sollen Als Hunde Niemals Niemals Auf gar keinen Fall Nee Nee super athletisch Aber nicht besonders clever Gute Prädatoren Aber ansonsten Ja Irgendwas wollte ich dazu sagen Ja Nee ist okay Ich lasse das weg Okay Theoretisch gesehen Haben wir noch zwei Fragen Aber dann haben wir Was sehr interessantes Eins von drei lustigen Spielen Die wir heute haben Wie kann man Spiele so sehr hassen Wie kann man Spiele so sehr lieben Verstehe ich auch nicht Ich liebe Spiele Ey Wenn Joko das guckt Kann ich bitte bitte zu Wer steht mir die Show Ich kann sehr gut Quiz raten Ich weiß sehr viel allgemein Nein wird das nicht gucken Falls einer von euch Das Joko vielleicht schicken will Oder dem Ja Joko nicht Aber vielleicht Hört einer von den Managern Ein Team oder sowas Joko hat selbst bei Jan Bülmermann gehört Dass irgendwelche scheiß Influencer In Barcelona ins Stadion durften Und das so Ja das war doch der Und dann wird er auch aufgeregt sein So Hey Ich wollte auch einen Barca Im Stadion sein Ja also ich würde Oder generell eine Quiz-Sendung Ich glaube ich würde nie Ins TV gehen Aber für Ein Tatort Oder für eine Quiz-Sendung Würde ich es machen Tatort Würde ich machen Tatort Finde ich lustig Ja Ich habe früher mal geguckt Finde ich cool Echt Habe ich früher geguckt Ja mit meiner Oma Habe ich Tatort geguckt So Ah süß Okay Ja dann ist wieder okay Ja ja Lass dich schon Gegen Oma sagt man nämlich nichts Ne ne Ey wer von euch kommt aus dem Ruhrgebiet Ah ne wir können das nicht machen Weil das ist schon vorbei Ja Am 26. Wir waren im Ruhrgebiet Am 26. Das große Ruhrgebiet Chilaui Wann hast du das letzte Mal Wort Chilaui Wann hast du das letzte Mal Das Wort gehört Chilaui Boah 2018 Stimmt schon eine Minute her Oder so Habe ich noch nie gehört Echt Ne Ach Ein Chilaui Ein Chilaui Hat man früher gesagt Eine Chilaui Bowl Ne Chilaui Chilaui Lass mal eine Chilaui Bowl machen Unsere kostet dann bei 18 Euro Chilaui Bowl Bei Theo und Eduard Wir müssen Also Eduard und ich versuchen Noch ein Produkt rauszubringen Wir wissen aber noch nicht so genau was Nein Ich hab den Ich Ich will Und mein gutes Produkt soll guter Content sein Ne Ich finde wir sollten so ein richtig random Produkt machen Ja ich würde gerne einfach so ein Notizbuch raushauen Einfach komplett leere Seiten Einfach so einen richtigen Cash Grab machen Das wäre so geil Weil ich liebe auch Notizbücher Ich mag Notizbücher auch authentisch für mich Ich mag Kerzen gerne Ich bring Kerzen raus Ja toll Dann bist du Dann kriegst du irgendeine Sammelklage Wegen weil die Scheiße Ihr Haus verbrannt haben Fuck okay Irgendwas anderes Boah Das ist so richtig einfach Ich bring den Bleistift zu deinem Notizbuch raus Ähm Ja Gute Idee Ja wir machen so eine Kombi Und ein Kuli Kuli Ja Kugelschreiber finde ich sehr cool Ja Kugelschreiber mag ich schon immer sehr gerne Die ganze Technik dahinter Noch mal ein Suche-Labs Also ich finde sinnlose Influencer-Produkte Suche-Influencer machen sich immer so ein Total schade, Notizbuch Hä Voll die geile Idee hier Bro Eigentlich wirklich cool Alter Okay Ey wenn Eier nach von euch ficken Und uns diese Idee klaut Aber falls ihr zufällig Ein Kugelschreiber-Unternehmen habt Dann könnt ihr uns gerne Kugelschreiber-Schaden Copyrighten müssen Sehr gut Alles eingetragen schon Also wenn das jemand von euch versucht Dann kriegt ihr eine fette Anklage Ja Sowas von Also nicht von Edu und mir Weil wir sind zu faul dafür Aber ich gebe es dann weiter An unser Steuerbüro Ja aber die machen das doch nicht Doch die haben auch eine fette Rechtsabteilung Echt? Aha krass Habe ich auch schon mal ausgenutzt Krass gut zu wissen Mhm Falls du mal eine Rechtsfrage hast Kannst du die auf jeden Fall fragen Okay Die sind sehr am Schaden Wir haben echt ein tolles Ich liebe unsere Steuerberater Das stimmt Hast du noch was zu sagen? Ja Ich liebe die auch Ich liebe die auch Die sehen alle toll aus Und alle lieb Helfen einem immer in jeder Situation Letztens habe ich mit meiner Hauptsteuerberaterin Es gibt ja unsere Steuerberaterin Und dann gibt es ja noch die Steuerberaterin Du weißt ja nicht meine Die war glaube ich in Kanada Und ich habe so ein bisschen getextet Und auch so telefoniert Und da war so Zeitverschiebung Und so Die hat sich richtig Zeit für mich genommen Obwohl sie im Urlaub war Ja ja safe Die nehmen sich wirklich Zeit Ich hatte auch letztens ein Problem Oder beziehungsweise Wir dachten wir hatten ein Problem Weil es aber nur auf einem Missverständnis Basiert hatte Und dann hat die am Wochenende mit mir Telefoniert Ich glaube eine Stunde Eine halbe Stunde Eine Stunde oder so Obwohl sie eigentlich gerade Im Urlaub glaube ich war Und noch dazu war Wochenende Dann hat sie sich trotzdem Zeit genommen Ja Edots und meine Mitarbeiter Arbeiten nämlich auch im Urlaub Und machen auch Nachtschichten Und sonst sind sie gekündigt Erstmal ich habe keine Mitarbeiter Ist eine kleine Clip-Referenz Aber das macht keinen Sinn mehr Weil es war echt im Dezember Keine Ahnung Ja ja Aber vielleicht wird es ja noch größer Vielleicht wird es ja noch ein richtig großer Skandal Ja ja Auf jeden Fall Ich finde ich kann trotzdem Egal auf wen ich mich jetzt hier beziehe Oder nicht beziehe Ich kann mit Herzen unterstreichen Dass ich Egal welcher Arbeitgeber Wenn du deine Mitarbeiter Nicht mit Respekt behandelst Und die Menschen behandelst Das hört sich auch so geschwollen jetzt an Aber Dann Wie soll ich das sagen Ohne allzu schlimme Sachen zu sagen Ich finde Scheiß-Arbeitgeber sind einfach scheiße Scheiß-Arbeitgeber sind richtig scheiße Ja Und das reicht Ja Und du und ich Also ich habe auf jeden Fall schon Unter Scheiß-Arbeitgebern gearbeitet Ich auch Und Scheiß-Arbeitgeber sind extrem scheiße Ja Und vor allen Dingen Es gibt in unserer Branche Gar keinen Grund Scheiß-Arbeitgeber zu sein Ist einfach nur Internet Zeug Das ist einfach Wir machen nur Internet Videos Da hängt niemand von ab Das ist nicht Politik Da sind keine Menschenleben Du bist kein Arzt Du bist kein Chirurg Du machst nur Videos im Internet Behandel deine Mitarbeiter cool Es kann aber natürlich sein Wenn Sagen wir mal Eine deiner Mitarbeiter Zum Beispiel eine von deinen Katern Oder was auch immer Du hast eine Koop Und da gibt es eine Deadline Genau Und Koop würde ich sozusagen Das nehmen wir nochmal Das Klammern wir mal einmal aus Weil mit Koop hatte ich auch schon ein Problem Genau Und wenn dann dein Mitarbeiter aber Verkackt hat Deadlines verpasst Oder riesige Fehler macht Und das nicht an den Kunden geschickt werden kann Ja Und da steckt echt Nicht wenig Geld dahinter Und man riskiert vielleicht wirklich Weil der Kunde nicht sehr kulant ist Oder sowas Dass Eine Vertragsstrafe oder sowas kommt Ja Dann ist es was anderes Wenn es aber einfach nur Um normalen Content geht Gibt es wirklich gar keinen Grund für Stress Finde ich persönlich Finde ich auch Man muss ja die andere Perspektive sehen Ich weiß Dass sehr viele Mitarbeiter Die Arbeit mit Influencern Hassen Weil sehr viele Influencer Einfach sehr unzuverlässig sein können Inklusive Wir beide haben auch verkackt Wir waren auch nicht die besten Wie nennt man das Geschäftskollegen sozusagen Für manche Leute Aber ich habe immer am Ende geliefert Nur immer ein bisschen spät Ja Ja Shoutout Spotify Ihr seid auf jeden Fall ein richtig cooler Kooperationspartner Für mich Hab euch lieb Okay Wir gehen jetzt einmal das Jahr durch Phil Phil macht hier die Organisation Das Management Ein bisschen vom Podcast Der hat uns Wir sollen jetzt jeden Monat Ein Ereignis nennen Was uns einfällt Aber er hat auch Sachen hier hingeschrieben Wie ein Ereignis Ich sag mal Krass Den Großteil davon kenne ich nicht Okay Januar steht Hayley Bieber war die nervigste Person ever Erinnerst du dich daran? Ja Ich habe das mitbekommen Okay Jahresrückblick mit Theo und Eduard Ja Hayley Bieber Biber irgendwie Hat sich herausgestellt Weil Selena Gomez und Justin Bieber waren ja mal zusammen Ja Und Hayley Bieber und Justin Bieber sind ja jetzt verheiratet Und dann haben sich immer mehr und mehr Ereignisse irgendwie gezeigt Wo Hayley Bieber anscheinend sehr penetrant Selena Gomez nachmacht So Als wäre sie fast schon obsessed mit ihr Sehr viele komische Parallelen gab es da auf jeden Fall Und das Internet hat es halt aufgefressen Ich muss halt sagen Mir ging es so am Arsch vorbei Aber ich konsumiere halt sechs Stunden am Tag TikTok Deswegen kriege ich das alles mit Es gibt wirklich wenige Personen die mir Weniger Mehr egal sind als Hayley Bieber Ja Oh Justin Bieber Couldn't care less man Ja Das ist aber auch diese Idealisierung von diesen Hollywood Leuten irgendwie Ja Mein Gott Leute ey Who gives a fuck Ob Gigi Hadid das gesagt hat oder das Egal Oder Eduard Barker und Theo Karow Safe Februar steht Coca-Cola Song von Lil M Aber nicht auf meinem Nike Jogger Gar nichts mitbekommen Nichts mitbekommen Warte mal Februar Lass mal kurz zurückdenken Ich kann mir gut vorstellen Phil, du und ich leben im Internet in verschiedenen Kreisen Sehr verschiedene Bubbles Ja Genau Gucken wir mal was wir für gleiche Sachen haben März TikTok soll in den USA verboten werden Da haben wir viel drüber geredet Das war ein großes Thema Das war ein großes Thema In Eduards Gehirn vor allen Dingen Ja Eduard hat sich schon mal seinen zweiten Career Path ausgemalt Ja safe Wir haben da so viel drüber geredet Ja Aber da muss man auch sagen Das ist natürlich Man kann es auch irgendwo verstehen Weil China verbietet fast alles Was die Amerikaner produzieren Und USA erlaubt alles Und dann kommt USA dann auf einmal Natürlich waren das alles Vorwände Und es gab ganz andere Gründe Weshalb die es verbieten wollten Aber man kann es natürlich auch irgendwo verstehen Jedenfalls die Sachen Die ernsten Punkte Die die da angebracht haben Waren natürlich zum großen Teil Übel der Bullshit Also Man muss aber auch noch dazu sagen TikTok hatte nicht auf alles gute Antworten da Ne Aber trotzdem dieser ganze Ist ja nicht ein Kongress Sondern die ganze Gerichtsverhandlung Ein Kongress war Ja Vor dem Kongress Hilarious Ja Da waren zum Teil los so dumme Fragen Diese Senatoren in Amerika Ist wirklich unbelievable Ja und wir haben das gleiche 100% hier Ja sehr Wir haben einfach zu Unsere Technologien werden so schnell Besser Und so schnell kommen neue Technologien Nimm wie auf den Markt Dass einfach die alten Leute Gar nichts mehr davon verstehen Ja keine Chance Dieser eine Senator hat doch in diesem Verhör gesagt Er ist Für ihn ist es so krass Weil auf TikTok Sieht er immer nur nackte Mädels Aus seiner 4U-Page tanzen Und wie kann es sein Dass das erlaubt ist Und da war halt der Ich weiß gar nicht ob ich es geantwortet habe Aber die Kommentare waren halt so Wenn du kleine junge nackte Mädels Auf deiner 4U-Page hast Dann ist das dein Dann ist das dein Bier Dann ist das dein Algorithmus Und nicht der von TikTok Mir fällt doch gerade ein Da hat doch einer von denen wirklich gefragt Ähm Also Stimmt das Dass wenn ich TikTok auf meinem Handy habe Mein Handy sich mit dem WLAN verbindet Das war so einer der viralsten Clips Das ist so lost gewesen Das war so dumm Und dann der Vertreter von TikTok Der einfach nur fassungslos da saß In diesem dummen, dummen Land Amerika April der Barbie-Hype beginnt Hast du Barbie geguckt? Du darfst nicht zu sehr Amerika-Hate machen Ich habe gegen niemanden irgendwas Und auch Ich liebe auch alle Brands Und alle TikToker Und Politik Was kann man nicht lieben? Safe Ich liebe alles Bei uns passiert gerade so super viel cooles Zeug Ja Ich liebe alles Das erzeugt sehr viel Liebe in meinem Herzen Genau Alles läuft super Ganz dünnes Eis gerade Ja ich schwöre Alles läuft offensichtlich nicht super Nur ganz kurz ums einmal Und was entscheidet ihr? Selber Ähm Ender Editor Verkacken ist im Nachhinein Ich habe das Gefühl Wenn ein Trailer Übel viele Informationen Schon im Trailer preisgibt Ähm Dann weiß das Studio Dass dieser Film Nicht gut sein wird Und die wollen praktisch Mit Spectacles Und Infos Und sowas Die Leute ins Kino locken Weil die wissen Über Mundpropaganda Wird sich das nicht verteilen Weil alle Leute sagen werden Boah der ist so geil Den musst du gucken Die besten Trailer Achte mal von den Guck mal die letzten 10 Jahre zurück Die Filme Die wirklich Preise gewonnen haben Auch die großen Blockbuster Die haben Sehr Schmale Trailer Sag ich mal Achte mal drauf Okay Also ich habe Bock auf den Film Ich glaube dann gucke ich ihn Heute einfach alleine Ist er schon draußen? Ja er ist auf Apple TV Achso Kannst du ihn gucken Ich habe Apple TV Achso Wir können ihn zusammen gucken Aber du kannst auch einfach Was anderes machen Ja Gut Wir machen jetzt noch weiter hier Ich glaube ich mache mir wieder Sorgen um meine Zukunft Einfach Oh ne So wie jeden Abend einfach Ja Könntest du auch einen Abend skippen Und mir einfach mal was gucken Boah ne Ich weiß nicht Mittlerweile ist es echt Eine Abendroutine geworden Hast du es einfach so eingeplant In deinen Kalender? Ja Gedanken über mein Leben machen Ist echt krass Der hat einfach keinen Kalender Typ Aber trotzdem cool Dass du ein Notizbuch rausbringen willst Mein Charles III Ist jetzt König von der UK In der UK Fand ich aber echt krass Dass so viele Leute Sich da so lange hingestellt haben Um ihren Respekt Bei dem Grab Sozusagen Bei dem Sarg Zu lassen Den Respekt darzulassen Ich glaube ich war da Und dann so lange da standen Ja Also meine Knie Würden das einfach nicht mitmachen Krass ne Ich glaube ich war generell Sehr abgefuckt Irgendwie von dem Dass das so ein großes Ding In den Medien war Weil dann einerseits Gab es die Seite Die halt meinte so Ja Leute Was Warum Warum seid ihr so traurig Warum ist das so ein großes Ding Ihr habt die letzten zehn Jahre Nicht an die Queen gedacht Jetzt macht ihr da so ein großes Ding draus Ist doch klar Dass sie stirbt Aber dann fand ich auch die nervig Die das gesagt haben Also irgendwie Keine Ahnung Ja Verstehe ich Traurig wenn eine Person stirbt Genau So würde ich es einfach zusammenfassen Cool dass jetzt jemand anderes König Ist mir echt ziemlich egal Ja Genau Juni Submarine explodiert Implodiert Das war interessant Das war krass Das war heftig Und das ist einfach Ein halbes Jahr her Mein Lieber Weißt du was da auch interessant ist Wie es auf einmal Überall in den Medien Vor allem in Amerika Gezeigt worden ist Aber genau in dem Monat Die Listen von Epstein Ausgekommen Vergegeben worden sind Also veröffentlicht worden sind Da hat jemand Marketing durchgespielt Auf jeden Fall Da wollte jemand davon ablenken Hinterfrag die Welt In die er erlebt War auf jeden Fall ziemlich krass Ich fand das Ich hab das sehr verfolgt Muss ich sagen Ich war da sehr Ich war da sehr investiert War trotzdem halt spannend Einfach auch Hast du auch Diese Reportagen Im Nachhinein gesehen Die halt schon Weitem voraus Gedreht worden sind Die gezeigt haben Wie der Dieser CEO Der dieses U-Boot Gebaut hat dann auch Oder mitgebaut hat Anscheinend Gar keine Safety Standards Irgendwie eingehalten hat Nichts ne? Gar nichts Fast gar nichts Ja Der Controller war eigentlich Nur die Kirsche auf dem Auf der Torte Genau Das war das kleinste Aber da waren super viele Sachen Irgendwie fehler am Platz Oder nicht richtig Er hat auch einfach Irgendwie eine Titan-Ligierung genommen Obwohl das noch nie getestet wurde Und so ganz komische Dinge Irgendwie Ich hab halt schon dran gebüßt Ja Und ich Ja Ja mit meiner Verletzung Voll scheiße Naja Ich auch mit meinen Gehirnzellen Ja Fehlenden Ähm Das war ein Problem Bei deiner Geburt schon Ich hab tatsächlich Keine Luft bekommen Also die Planzette Von meiner Mama Hat sich abgelöst Zu früh Also ich hab sehr lange Keine Luft bekommen Oh da können Wir können wirklich Schnelle Schäden entstehen Wir sind beide fast gestorben Mama Cool dass du es gut rockt hast Gut dass du hier bist Ja ne oder Freust du dich wirklich Klar Cool Juli Ich machs mal Juli hat auf jeden Fall Juli hat eins regiert Weißt du es Was hat er Juli war eins auf jeden Fall Hat ganz TikTok regiert Ich dachte gerade Wir reden über Juli Pohl But I'm telling you right now Ja ja That motherfucker That motherfucker is not real Ja das war ja schon groß And you all can sit on this plane And die all along Ja ähm Erst vor kurzem kamen ja Irgendwie die Bodycam-Fotages Von Echt Von ein paar Monaten Von dem Polizisten Der sie dann Weggeführt hatte Hat man da den Ex-Mensch gesehen? Nein nein Aber also man hat sie vor allem gesehen Wie sie halt rausgeführt worden ist Und die war Sehr angetrunken Schade Ja Ich dachte das wäre unser erster Beweis gewesen Was aber Was ich bis heute so Abgefuckt finde Ist dass diese Person Die dann an der Claire-Video Auf Insta gepostet hatte Wahrscheinlich Nicht die Person war Stimmt die sah einfach Sehr anders aus ne Die sah erstmal anders aus Und dann habe ich ein TikTok-Video gesehen Hast du da vielleicht noch Einen Tanzzapfel? Einen was? Einen Tanzzapfel rumliegen Was ist das hier? Nee man so ein Bierchen Achso ja So dann mach ich mal Mein erstes Bier des Abends auf Dafür weiter Ähm Ein Typ auf TikTok Hat einfach anscheinend Weil der so ein Computer-Crack ist Herausgefunden Mit so einer komischen Analyse Über den Quellcode Und sowas Dass die Person Äh Weil er halt Irgendwie die Adresse Dann auch von der Person Von der echten Person Herausgefunden hatte Dann hat er über den Quellcode Herausgefunden Wo der Standort war Von dem Video Das da gepostet worden ist Das Erklär-Video Das waren verschiedene Standorte Das war die Person Anscheinend gar nicht Oh mein Gott Und das verwirrt mich halt Ja das ist schon alles Das ist aber wieso Ach man ey Aber super Interessant War dieses Jahr nicht Alien? Waren Aliens nicht ein riesen Thema In Amerika dieses Jahr? Komm bestimmt noch Achso Glaube ich Echt? Oder war das vorher Ich glaube das war doch schon Vorher Ne 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 Das war Das war als Irgendwas war Irgendwas war Doch hier Die CIA hat doch gesagt Also das Government Hat doch gesagt Sie haben Aliens gefunden Ja genau Genau Aber das kam glaube ich später noch Achso Außerdem war Nair Butthair Removal Hast du das gesehen damals? Nair Butthair? Butthair Removal Von wem? Ich kannte das nicht Und Phil hat mir das gezeigt Und ich war Auf jeden Fall buff Willst du sehen? Nein Ja Können wir zusammen gucken Kannst du einblenden Gleich kurz Marco Bitte zensieren Er ist auf YouTube Video No way Einfach auf YouTube Oh mein Gott Einfach auf YouTube No way Ist das einfach auf YouTube Ja Einfach YouTube Keine Keine Ich bin nicht eingeloggt Keine Altersbegrenzung No way Ach du Scheiße Er cremt es einfach ein Sein Arschloch irgendwie Alter So lustig Also ich mein Ich hab nichts dagegen Wenn man das normalisiert Und einfach Ich find's auch nicht schön Aber Aber was ist das für ein Schock Einfach jumpscare Den ersten 5 Sekunden Ein richtiger Jumpscare Auf YouTube Hä? For reference This is how Harry my button looks right now Das ist bestimmt nicht mal Die Monitor ist Der kriegt bestimmt auch noch Geld dafür Oh mein Gott 47 Millionen Views Würde auf jeden Fall schmecken Alter Wie lange ging das Video? 4 Minuten oder so Er zeigt halt einfach komplett Wie er seinen Arsch halt enttart Krank Sehr 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 funny Ich hab das damals nicht mitbekommen Super weird Ja Dass es so bekannt auch wird Und YouTube das immer noch drin lässt 47 Millionen Views Ja Ohne Altersbeschränkung Ja ja Ohne Altersbeschränkung Ja aber es ist ein educational Video Krank Er bestimmt einfach Es gibt so einen Haken Wo du anklickst Ob das für Kinder gemacht ist oder nicht Da hat er wahrscheinlich Einmal den Haken weg gemacht Und dann ist es okay Ja Irgendwie wild von YouTube Dass sie es drin lassen Ja genau Das schockiert mich gerade ein bisschen Genau Also nur Für die Leute Die es jetzt gar nicht gereiht haben Wir haben ein Video geguckt Von einem Typen der Zeigt wie man seinen Arschloch Enthart Enthart Und er zeigt Er zeigt Zeigt Einfach legit Alles Also alles was man sich vorstellen kann Er zeigt alles Ähm August war der Machshot von Trump Äh Der Fake Machshot Ne der hatte doch Einen richtigen Machshot oder Keine Ahnung Mein Gott Nein das war KI Oh mein Gott Was seid ihr für Opfer Was seid ihr für Opfer Warum Warum ihr Achso Das war doch diese Bilder Wo er von der Polizei Festgenommen worden ist Nein 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 Es gab einen actual Machshot von ihm No way Ja Achso Es gab einen richtigen Okay dann bin ich ein Opfer Sorry Du bist ein Opfer Es gab einen richtigen Machshot von ihm Weil er doch da im Gericht war Achso Es gab einen Machshot von ihm Okay Das will ich nochmal sehen Ja Äh September war Roman Empire Trend Mhm Äh Auch wenn es Todes cringe ist Ne Also aber nur nochmal Um es einmal zu sagen Ich bin auf jeden Fall Einer von den Typen Die da viel dran denken Ich nicht Gar nicht Ich denke viel An das römische Imperium An die DDR Und ans dritte Reich Komischerweise Oder generell Den zweiten Weltkrieg Ist irgendwie sehr In meinem Kopf drin Ich nicht so Ich glaube ich denke mehr Einfach ans Mittelalter Oh Wie die damals überlebt haben Da versuche ich gar nicht Daran zu denken Das finde ich ganz schlimm Alles Einfach ganz ganz schlimm Alles Genau und deswegen denke ich Da so viel drüber nach Wie einfach die Menschheit Es da durchgeschafft hat Wahnsinn ne Wie wir das überlebt haben Irgendwie Oktober Bad Bugs In Paris Sorry nochmal Aber wir haben es ja überlebt Ja Alles gut gegangen Warum sagt Theo sorry Weil er einfach in Paris war Genau im November Genau im November Für eine Woche Und dann einfach Ohne irgendwie Seine Klamotten in Tüten zu packen Oder was auch immer In unsere WG wiederkommt Aber ich Und sich in mein Bett schmeißt Ich habe aber sehr viel Glück Und das weißt du auch Mir passiert sowas auch nicht Du bist einer der Leute Die am meisten Pech haben Der am meisten Pech haben Die ich keine Ahnung Stimmt Gut Ok und Genau im November War Shirin David Und Thomas Gottschalk Hast du was mitbekommen von? Ja Keine Meinung zu? Thomas Gottschalk ist einfach Ein alter Sack der bis in seine Zeit Schon überdauert hat Aber Hört mal auf diese alten Keinen Grund Irgendwie so krass auszurosten Deswegen Der geht ja schon Also was wollt ihr denn noch mehr? Der soll einfach gehen Und fertig Wir müssen auch abführen Diesen alten senilen Säcken Ah eh Eine Plattform vielleicht zu geben Also so So wie die halt kein Was heißt senile Säcke? Der war ja schon damals Ich habe schon Vor diesem ganzen Drama Habe ich schon ganz alte Clips Von ihm gesehen Wie er Frauen da zum Teil Er war schon immer übergriffig Er war nicht so Übergriffig Und ich glaube Das ist eher das Problem Ich glaube Wir haben natürlich auch Ein riesiges Problem gehabt Dass einfach sowas damals Normal war Die Zeit ändert sich ja auch sehr Die Zeit ändert sich sehr So Und ich finde Manche Sachen können Ruhig gecancelt werden Genau Und alte Leute Zumindest manche Leute Dürfen ruhig ihren Job verlieren Genau Und Viele alte Leute Sollten keinen Führerschein mehr haben Und viele alte Leute Sollten halt auch Vielleicht keine TV-Show moderieren Weil Die sind einfach halt alte Leute Und es ist auch Die können zu Hause jetzt auch reden Und so Aber es ist halt einfach Vielleicht sollten So ist es safe Und deswegen Und viele alte Leute Sollten vielleicht auch Keine Politik machen Also Genau Dieser eine Senator Der da eingefroren ist Das ist auch Mein Lieblingsclip Ah ja Kennst du den? Ja Das ist so geil Vielleicht Sollten wir diese alten Menschen Aus ihren Positionen nehmen Und die können einfach mal An irgendeinem Strand Irgendwo chillen Oder so Oh Gott ey Ja kompliziertes Thema Alte Menschen Die haben natürlich auch Ihre Vorteile Aber Ich finde wenn du Ich finde das Thema war so Unnötig sich darüber aufzuregen Wenn da eine Person ist Die primär dazu da ist Teil einer Unterhaltungsschau zu sein Und in dieser Unterhaltungsschau Wird jemand übergriffig Da kann er einfach mal Auch gefeuert werden Und das war's Ja Und mehr braucht man da nicht zu sagen Er hat sich ja selber gefeuert Er ist ja gegangen Was heißt gefeuert Er ist millionenschwer Ja Hat wahrscheinlich nie richtig Büßen müssen Für die Sachen Die er gemacht hat Es hat anscheinend auch Ein super reines Gewissen Ähm Ich kenn ihn ja auch nicht Und das ist ja genau Die andere Seite davon Was ich vorhin gesagt habe Nur weil ihr denkt Jemand wäre online cool Heißt das nicht Dass er wirklich cool ist Andererseits Nur weil jemand vielleicht Online oder im Fernsehen Wie ein Arschloch rüberkommt Kann ja sein Dass er überwiegend Trotzdem ein vernünftiger Mensch ist Ja Das meine ich nur allgemein Ich will ihn jetzt nicht In Schutz nehmen Aber einfach Wie sehr kann einen So was beschäftigen Random irgendwie Wir sollten alle froh sein Dass jetzt über sowas Dass sowas wahrgenommen wird Mhm Und uns Gut Überdenken Wen wir in solche Positionen In Zukunft bringen Ja das wäre vielleicht mal Eine richtige Lass doch daraus lernen einfach Und dann kommen wir auch Die anderen Shows angucken Die gerade so online sind Oder ausgestrahlt werden In Deutschland Weißt du was mir auch gerade auffällt Ich bin super schlecht für Clips Jemand wie ich Warum Weil ich super lange Punkte immer mache Ja und es können ja auch lange Clips sein Ja aber ich meine für so Sekundenclips Überlegen uns da nochmal was Ja ja Äh Dezember können wir noch nicht viel sagen Weil wir haben erst den 8. Dezember Ähm heute Aber es ist natürlich der 3. Januar Äh die U17 Nationalmannschaft Ist Weltmeister geworden Cool Glückwunsch Jungs Phil Dich juckt doch Fußball selber nicht Ja es gibt noch nichts Es ist 8 Tage her Dass es Dezember ist Warte überlegen wir mal Schneesturm in München Schneesturm Alter Das ist doch interessant Damn Damn Mal wieder richtig schnell Ich hatte einen Autounfall Ich hatte einen Autounfall Und durch diesen Autounfall Habe ich gemerkt Ich sollte vielleicht nicht 9 Stunden lang Nach Garmisch-Partenkirchen fahren Und äh Hab Glück gehabt damit Äh weil ich da nicht In dieses 30 cm Schnee Neuschnee-Chaos gekommen bin Ja ja Keine einzige deutsche Bahn Ist gekommen Wirklich Keine einzige an dem Tag Ach du Scheiße Und der Flughafen Der hat glaube ich Erst um 13 Uhr oder so Wieder aufgemacht Ach du Scheiße Ja Kommt nach Chaos Ich freue mich dann Wie das am Ende Des Monats sein wird Wenn ich meine Familie Auch eventuell mit der Bahn Besuchen muss Ja bei NRW Hat NRW schon mal Schnee gehabt Klar Bro Das war wahrscheinlich nur Asche Aus den Aus den Kohlewerken Ey meine Mein Onkel war Mein Onkel Mein Opa waren unter Tage Das wäre übrigens so ein Job Den ich Never ever machen würde Ich finde es so gruselig Ja Richtig gruselig Ja das war halt Auch wieder so ein Thema Manche Sachen Mussten gemacht werden Ja Aber da Bin ich trotzdem Ein riesengroßer Hater Gegenüber den Leuten Die Das Kapital Und die Möglichkeiten Dazu hatten Und dann manche Menschen Da einfach runtergeschickt hatten Wahnsinn Die Chefs Die CEOs So Eduard Wir spielen jetzt noch ein Spiel Leider Ich weiß du magst das nicht Wir können entweder Schätzen Oder Theos Bildungsquiz spielen Kommt drauf an Wie schätzt du es denn ein Das könnte interessanter sein Also was könnte lustiger sein Ich mag halt Theos Bildungsquiz Das kommen halt auf die Fragen an Das kommt immer auf die Fragen an Theos Bildungsquiz Vor dem Game haben alle Schiss Theos Bildungsquiz Scheiße Du bist dumm Das weißt du auch Theos Bildungsquiz Komm zu Theos Bildungsquiz Hallo wir sind wieder zurück Mit Eduard, Theo und Phil Dem Game Master Von Theos Bildungsquiz Hallo Ich ähm Ja hab nicht so viel zu bieten In meinem Leben Generell Und deswegen Flexe ich gerne mit Allgemeinwissen Ihr dürft übrigens natürlich Zuhause mitraten Und ihr könnt auch den Podcast Gerne mal 5 Sterne geben Gerade in dieser Sekunde Ich kenn die Fragen nicht Okay Ich kenn die Fragen nicht Es ist ein ernstes Duell Zwischen Eduard und Theo Okay Wir spielen mit dem Buzzer Ich bin gespannt Nein das ist doch einfach Auf unseren Schenkel klatschen Was wir zuerst hören Phil entscheidet Ne Sonst kommen unsere Finger Safe gegeneinander Bro Ist noch nie passiert Aber ist ja auch ein bisschen hot Ja Wir haben uns schon geküsst Keine Sorge Ach so von hier Dann da Ja genau Dann hast du auch ein bisschen Zeit dazwischen Okay Okay Ganz kurz noch Wenn du die Antwort schon weißt Bevor die Frage zu Ende gestellt wurde Darf ich trotzdem Aber dann wird die Frage auch nicht weiter vorgelegt Ja ja klar Genau Und wenn du es falsch machst Dann kriege ich sofort die Möglichkeit Mit so viel Zeit wie ich will Die Antwort zu sagen Okay Okay Wer mehr Punkte hat Und was spielen wir Sag noch schnell Äh Lass wirklich um was werden Heute Abend essen Bestellung heute Abend Okay Ist ja egal Ich werde eh gewinnen Also für mich ist ja eh schlicht Ich sagte jetzt schon Edu hat bestellt bei der Schnitzelei Oder so eine Scheiße Dann will ich ja nichts essen Einfach Mühnerhaus Erstmal ein paar schöne Chicken Wings Für Theo So du kannst ja dann dir einen Salat aussuchen Oder so Theo Beilagensalat 4 Euro Okay ich bin bereit Okay Okay wir fangen an mit einer relativ leichten Frage Aber wir haben es vor uns angeschnitten Und nicht aufgelöst Deswegen die erste Frage Wie viel ist ein Hektar? Frage Das was ich vorhin gesagt habe War das Das war falsch Okay 10.000 Quadratmeter Das ist richtig Fuck Oh Theo frisst heute Chicken Rings Ach scheiße Oder einen Salat Oder einen Beilagensalat Scheiße Okay Alter cool So Dann Die nächste Frage Die Einheit welcher physikalischen Größe Wurde nach dem genialen Physiker Isaac Newton benannt? Was sagst du nochmal? Sag nochmal Äh Newton selbst Kraft Ja Nein warte mal Newtonmeter heißt das doch oder nicht? Nein das ist Kraft Scheiße Ähm So eine Eine Sub-Einheit davon Newtonmeter Ich glaube ich habe sonst immer nur gegen Dumme gespielt Deswegen Okay Ich habe mich auch schon mal mies dabei blamiert Deswegen Ich habe einen ernsten Gegner Okay Vielleicht hast du wirklich einen ernsten Gegner Äh Wir machen eine Schätzfrage Äh Wer näher dran ist Das heißt ihr dürft beide Ihr müsst nicht buzzern Außer ihr wollt früher antworten als der andere Achso Ähm Genau Der Song Rocking Around the Christmas Tree Äh Von Brenda Lee Ist äh Gerade dieses Jahr zum ersten Mal auf Nummer 1 gegangen In West Billboard Charts Damit hat es auch einen Rekord aufgestellt Und zwar die längste Reise quasi bis zum Nummer 1 Wie viele Jahre waren das? 15 Jahre 25 Jahre 63 Theo hat einen Ja 63 Die Frau ist einfach Rocking Around the Christmas Tree Ja Und es wurde gespielt von so einer Keine Ahnung 14-Jährigen oder so Hey warte ist das nicht von Mean Girls? Von dem Film Mean Girls? Ja Die singen Jingle Bells Die singen Jingle Bells Achso Ja Ja okay 63 Jahre Ähm Nächste Frage Ähm Wer wohl das Geld dann bekommt? Die lebt noch Ah No way Die lebt noch Die ist 79 Wie scheiße Also cool aber Ja cool aber Ja ich find Klar Ne aber jetzt kann sie schön ihren Enkeln Sie freut sich Ja stimmt Gute Geschäfte machen Wenn sie Enkeln hat Das stimmt auch wieder Aber Muriel Carey ist nicht auf Nummer 1 gerade Das ist auch Damn Das ist doch mal was Endlich gute Nachrichten TikTok Die Power von TikTok Okay nächste Frage Welcher Kosmonaut war 1961 der erste Mensch im Weltraum? Ich weiß nur den Vornamen Scheiße Bas Aldrin Nein Juri Ist richtig? Ja ich glaube es war ein Russo Juri Komm schon Juri gib mal einen halben Punkt ey Juri ne Versuch mal den Nachnamen noch Sag mal den Anfangsbuchstaben Irgendein typisch russischer Name G Ja keine Chance Sag du ein Gostoyevski Nein Juri Gagarin Gagarin Fuck Aber ich würde sagen Wenn es Gleichstand ist Und Dann kriegst du Gewinnst du Weil Juri ist schon Juri ist schon nicht schlecht Ja Hätte ich nicht gewusst Ich dachte es wäre Neil Armstrong Naja Der erste Mann auf dem Mond Weiß ja jeder Fals ist die Mondladung Überhaupt Falls die Mondladung Verschwörungstheorie Ähm Aus was besteht Bernstein? Harz Ja richtig Wusste auch Für ein bisschen Zeit Hätte ich vielleicht Random was gesagt Aber wusste ich nicht Okay Ich glaube wir haben Gleichstand gerade oder? Ja Zeitsnein Theoretisch Nein Doch doch stimmt Doch ja Ich habe auch so Die Schätzfrage Zeitsnein So Ähm Wofür steht die Abkürzung FAQ? Fuck Äh Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei EndQuestions F EndQuestions Äh FAQ Ich verstehe deine Antwort nicht ganz egal FAQ? Oh mein Gott Krass aber Ich hätte glaube ich auch Aufgebuzzert Ich hätte auch keine Ahnung Ja krass Ich dachte gerade Fragen und Antworten Fragen EndQuestions Aber war deine Antwort jetzt F EndQuestions? Ja Ja Also ich weiß es nicht Ich nehme Fragen EndQuestions Äh ne Es ist Frequently Asked Questions Scheiße Oh mein Gott Wir sind so dumm Es ist F EndQuestions Nochmal ganz kurz eine Nachricht An Joko Wegen der Show Wer steht mir die Show Ich würde doch nicht eingeladen werden Gerne Nicht im deutschen Fernsehen Bei mir Nein ich würde trotzdem gerne Okay Okay Multiple Choice Frage Um mal ein bisschen Spice reinzubringen Welcher der folgenden Meeresbewohner Mitbewohner Äh Ist kein Wirklich kein Fisch Seeferdchen Walhai Tintenfisch Schlangenfisch Was war nochmal Tintenfisch Warte kann ich nochmal versuchen Mann ey Warte mal ganz kurz Was ist jetzt hier So Die Oktoponen sind die Schau vor du kriegst so eine gute Nachgeschichte Wenn er dein Vater ist Also ich hab mal einen TikTok gesehen Und es war Oktoponen Warte ich schreib nochmal von vorne an Warte cut cut Marco schnell mal bitte raus Wäre cool wenn du es rausschneidest Marco Nein Spaß Also Oktoponen sind die Lebewesen Die am nächsten an unsere Intelligenz rankommen Aber haben eine ganz andere Intelligenz als wir Weil die gar nichts mit Säugetieren zu tun haben Säugetiere sind viel später entstanden Die sind viel früher entstanden Heißt das ist quasi das nächste Was an außerirdische Intelligenz rankommt Denn Oktoponen haben ihre ganzen Neuronen In ihren Tentakeln Das heißt sie haben gar kein Gehirn Sondern sie haben ihr Gehirn überall Cool ne Das ist crazy Die können riechen, schmecken, sehen Mit ihren Tentakeln quasi Das ist schon cool Das finde ich schon crazy Richtig Oktoponen Stell dir also vor Du würdest in einen dunklen Raum Blind gehen Und nach da gucken Und deine Hand fässt diese Lehne an Und dann können die ja Sich unsichtbar machen Und dann macht deine Hand Die Farbe von der Lehne nach Oktoponen, okay Ja aber das mit der Farbe ändern Verstehe ich immer noch nicht ganz Okay also 3-2 3-2 Ja 3-2 Okay Mit der Hoffnung, dass ich vergesse Wer gerade führt Was ist die Hauptstadt der Slowakei? Scheiße war dumm Budapest Fuck Fuck war dumm War dumm War dumm Äh Ich weiß es nicht Ich würde raten Äh doch warte Ich krieg's hin Berlin Okay darf ich nochmal Mach Ja Sophia Auch nicht Scheiße Zahn-Sag Bratig Lava Ja da wäre ich nicht drauf Traum War cool Ähm Okay Ey sorry Mama Dass ich so dumm bin Tut mir leid Du hast dein Best getan Echt Nein Immer die Lehrer schuld Ja Fick dich Lehrer Richtig Ähm Kuba gehört zu den Azoren Richtig Nein Nein Ah fuck Sondern Wie sondern Wozu gehört Kuba Ich weiß das Dann mach Ich weiß es nicht Ich hab ein bisschen voreilig gesagt Ich weiß Junge Du hast die Hoffnung Dass ich zuerst falsch sage Und dir noch mehr Zeit Das nachzudenken Okay darf ich Ja Karibik Ja Ich würde sagen Halber Punkt Halber Punkt Du hast ja erst gebuzzert Und hast Nein gesagt Ja Das war Teil der Frage Ah Was war das Dann lassen wir Gleichstand Also es ist ein Karibik Dann lassen wir es einfach bei 3,2 Okay Lassen wir einfach bei 3,2 Okay Andererseits Jetzt hab ich auch einen halben Punkt Noch irgendwo da rumschlummern Das stimmt Das stimmt Ähm Was wird bekämpft Wenn du Antibiotika einnimmst Bakterien Ja Ich hab aber auch gehört Dass du ein Hypochonder bist Deswegen wäre es auch komisch Würdest du es nicht wissen Ja Du musst das wissen Ich bin gar kein Preparant Junge Ich hab nur Angst vor Krebs Du hast Angst vor allen möglichen Sachen Vor Schimmel Vor Krebs Ja Schimmel Hallo Das müssen wir wirklich mal untersuchen lassen bei uns Ja aber dann mach es doch Actions not words Ja wir müssen jetzt zusammenschmeißen Für jemanden der da wirklich hinkommt zu uns Und das bezahlt Also wirklich richtig untersucht In einem Labor Das kann uns richtig ficken Hältst du immer noch die Luft an Wenn du ins Badezimmer gehst Nein Nur wenn ich Deo sprühe Das ist aber auch wichtig Und immer die Klobrille runter machen Super wichtig Oh mein Gott Klobrille runter machen Wenn ihr spült Da ist die Spritzer Du machst das nicht Nicht nur Klobrille Ich mein ganzen Klodeckel Ja klar Klodeckel Meine ich ja Das spritzt so weit Überall Ihr habt gar keine Ahnung Überall Ihr habt scheiß Partikel Dann überall An der Zahnbürste Überall Alles Okay Okay Ähm Wie heißt die Befehlsform Eines Verbs Imperativ Nein Warte mal ganz kurz Ich hab auch gebuzzert Ich hab auch gebuzzert Du hast einfach gesagt Ja wir waren gleich Und deswegen sag ich es zuerst Nee da funktioniert das nicht Du musst dann sagen Du wusstest es nicht Natürlich weiß ich was Imperativ Ich muss sagen Aber er hat mich auch gut ausgetrickst damit Weil er hat einfach losgeredet Und ich dachte Safe warst du als Erstes Den kriegst du nicht Okay wir machen Schick-Schack-Schnuck Gib zu Okay 100% ehrlich Ich schwöre auf meine Mutter Und alles was mir heilig ist Ich weiß natürlich Dass es Imperativ ist Okay dann Schick-Schack-Schnuck Kürz eine kleine Geschichte Okay Danach Okay Schnick-Schnack-Schnuck Ein echter Mann macht immer Stein Das wäre perfekt Hättest du es vorher gesagt Und dann aber auch nicht In eine Falle gelockt Sondern einfach Steinball Marco schneidet das schlau Der arme Junge muss diesen Podcast Der sitzt hier 14 Stunden dran Ja safe Grüße geht raus Fast 2 Stunden schon Ey Marco ganz kurzes Add-on Mach mal 50 Liegestütze am Stück Und schick mir ein Video jetzt Macht er das wirklich Ja hat er das in Sorge gemacht Krass Der Arme ey Ja fix ihn richtig Okay wir haben noch 4 Fragen Oder wolltest du noch eine Geschichte erzählen Mein kleiner Bruder hat Fortnite gespielt Mit so einem anderen Typen Und dann hat er die ganze Zeit geruft Geruft Wow Dafür kriegst du Punkt Imperativ Nein hat er die ganze Zeit gerufen Hat er die ganze Zeit gerufen Sterb 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 endlich Sowas in der Art Und dann meinte ich Bro das ist imperativ das mit I Und dann hat er immer Sterbi gerufen Das ist nicht schön Up by the way Auch eine kleine Ergänzung Ich habe eine perfekte Kennt ihr das Wenn ihr über andere Leute sprecht Und sagt so Ah du besuchst ja deine Großeltern Oder du musst es schreiben Super nervig Übel langes Wort Großeltern Genau Schreib es einfach Oma und Opi zusammen Ompis Ich besuche meine Ompis Und Leute werden es verstehen wahrscheinlich Ja safe Das müssen wir einführen Ompis Oh ich war letzte Woche bei meinen Ompis Leute versuchen irgendwie Und was machst du da mit deiner gewonnenen Zeit Bei den viereinhalb Sekunden Vielleicht das Nicht mal reich werden Vielleicht fällt mir in der Zeit Die ich gespart habe Dann eine richtig gute Idee ein Sag der Typ Der den Flur immer lang rennt Um Zeit zu sparen Du Ich renne die ganze Zeit den Flur lang Genau Ich würde sagen Ich habe mittlerweile schon Vier Minuten eingespart In der Wohnung Das ist schon krass Das sind bei dir mehrere Videos Ja Fick dich Fick dich mal Achso Angucken Genau Ich dachte Konzeption und so Achso Nein Du Arschloch Nee Das sind mehrere Videos bei Julie Mittelfinger an Julie Pohl einmal Alter ey Okay Die letzten vier Fragen Leute Wie steht es denn? Der zählt nicht Nee ich habe sogar den Punkt bekommen Vier drei steht es nämlich So Nein Marco zählt es bestimmt mit Steht es nicht Doch vier drei Ja Würde ich Ja Voll So Wie heißt die hohe und die tiefe männliche Stimmlage beim Gesang? Äh Bariton und Hier goes a halber Punkt Würde ich sagen Bariton und Ich sag einfach mal Ich kann es nicht Ist auch falsch Nein Oh scheiße Bass Ja Das ist schon mal dann ein halber Punkt Das ist der halbe Punkt Jetzt würde ich sagen Darfst du noch Also es ist eine Doppelantwort Bariton ist ein Instrument glaube ich Oder? Violine oder so? Nee Ganz Spaß Bass und das andere Echo oder so Tenor Tenor ja Tenor und Bass Aber ich hatte auch Bariton gedacht Aber ich hatte auch Bariton gedacht eigentlich Aber das ist falsch Wegen diesem Begriff Bass und Bariton Aber das heißt du hast auch einen halben Punkt Das heißt Das heißt wir Meine Oma Wir sind aber immer noch bei 4-3 dann Meine Mama nimmt mich mit in Opern Seitdem ich 10 bin Weil die da arbeitet Ich weiß das nicht Das ist so peinlich Das ist ein bisschen peinlich Ich habe drei Jahre Klavier gespielt Auch peinlich Aber ich habe nicht gesungen Aber es ist trotzdem ein bisschen peinlich Ein bisschen Vorletzte Frage Oh fuck Ich muss jetzt Ich muss jetzt Jetzt muss ich durchziehen Welche Gefäße führen zum Herzen hin Welche weg? Nein, nein, nein Ah fuck Äh Wen weg Arterien hin Ich glaube ich habe verschoben Oh nein Oh shit Und damit kriege ich den Punkt Nee, kriege ich nicht Also zum Herzen hin sind Venen Vom Herzen wechseln Arterien Scheiße Jeder Spacken weiß das Oh meine Freundin rastet gerade aus Die so eh doch so dummer Wund Na guck mal Denk mal ganz kurz nach Was durchschneidest Also was sozusagen ist schlimm Wenn es durchschnitten ist Arterien nicht wehen Alles bro Aber Arterien ist schlimmer Weil das kommt dann gepumpt Irgendwie Ich habe mal bei Gracie Das darf ich glaube ich hier nicht Das ist die Hauptarterie Sag mal doch so Hauptarterie ist viel schlimmer Als die Hauptvene Aber noch nie gehört Noch nie gehört Weiß ich nicht Oh die Hauptvene wurde durchtrennt Noch nie gehört Noch nie Fragen wir mal meine Freundin Ja fragen wir deine Freundin Ich glaube beides ist tödlich Ja aber das eine ist auf jeden Fall schlimmer Denk mal nur nach Weil das Blut kommt gespritzt von da Ja ne das muss nichts heißen Na doch Es kommt ja dann auch nicht mehr zu den Organen Es kommt so oder so nicht da mehr hin Wo es hinkommen sollte Aber ich glaube du hast trotzdem Viererweise den Punkt jetzt eigentlich verdient Weil ich halt auch einen Fehler gemacht habe Und weil es cool ist Weil wir haben jetzt Gleichstand Nein Doch 4-4 Nein Doch 5-3 Oder nicht 5-3 Das stimmt nicht Jetzt hätte ich dann aber Jetzt habe ich vier Jetzt habe ich Das ist vier Ich hatte vorher schon drei Du hattest vier Ja du hattest vorher vier Genau Und du? Und ich hatte drei Nein du hattest auch vier schon längst Ich würde sagen Ich würde sagen Die letzte Frage entscheidet Und ich habe den größten Respekt Wenn das irgendjemand von euch weiß Weil ich hätte Wäre niemals drauf gekommen Aber Cirrus Stratus Und Cumulus Stratus Sind spezifische Typen von was? Sag nochmal Cirrus Stratus Und Cumulus Wolken Ja Boah Alter Was? Alter Nicht schlecht Danke Cumulus Ich hätte Pilze gesagt Und ich finde damit gewinnst du auch Wir geben uns gegenseitig Abends Nein du hast gewonnen Cool Ich ziehe das auch Ich nehme das auch an Ja klar Heute gibt es Hühnerhaus bei T.O. Ey ich schwöre Ne ich fick dich richtig Alter Wir machen heute so Salatparty Alter Wieso Ich kann ja trotzdem für mich was anderes bestellen Ne Natürlich Du bestellst in meinem Restaurant mein Lieber Nein Das war die Abmachung Du kannst essen was du willst Spul gerne zurück mein Lieber Nein Ich gebe dir einfach ein Essen aus Dann lass doch beim gleichen bestellen Lass doch gucken ob wir was finden Nein Ich esse was ich will Ja wir können ja gucken ob wir was finden Ich faste heute Mach mal so Dann bestellst du mir einfach was Ich habe gerade keinen Hunger Schlau mich so rauszureden Meine Lieben wir wünschen euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr Nehmt euch nicht zu viel vor Macht ganz entspannt irgendwie Mehr Lust auf Kommentar Zuschauer Zuschauer Kommentar fragen Deswegen Falls ihr Fragen habt an uns Wo wir euch komische Ratschläge geben sollten Dann kommentiert das gerne mal Wenn ihr irgendein Problem habt Kommt zu uns Kinder Falls ihr mal eine richtig beschissene Meinung haben wollt Wenn ihr wollt dass euer Leben noch schlechter wird Ja Stellt uns erstmal ein paar Fragen Gebt her Und ich freue mich dass ich endlich aus diesem Auto rauskomme Weil Theo die ganze Zeit Bierröpse macht Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und so Zeug Hab euch lieb Sag noch dein Was ist dein Signature Move am Ende Den hört man nicht Also die hören das ja auch Dann musst du auch das Geräusch dazu machen Okay Okay bis dann